Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 87 vom 16. Februar 2018. Wie immer kehren wir an dieser Stelle die wichtigsten Themen, unserer Ansicht nach die wichtigsten Themen der Woche zusammen und versuchen sie ein bisschen einzuordnen und zu erklären. Und mein Name ist Philipp Banse und ich bin Ulf Buermeyer. Ja, herzlich willkommen zu unserer Politik-Sendung. Und wir reden in dieser Woche über ganz viele spannende Themen, aber haben am Anfang ein paar Hausmitteilungen für euch. Und zwar starten wir mit einem kleinen Appell. Wir wissen natürlich, dass der ein oder andere immer noch die Lage oder auch andere Podcasts auf der Website hört mit so einem eingebetteten kleinen Player. Die sind auch immer besser geworden, diese Player, aber das ist einfach nicht dasselbe wie eine richtige Podcast-App zu verwenden. Also wenn ihr über ein Smartphone verfügt, ob das nun Android oder iOS betrieben ist, dann unser Tipp für den richtigen Podcast-Genuss. Macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, euch eine App zu installieren. Da gibt es einige, die gut geeignet sind. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge schon empfohlen Player FM. Die haben ganz wunderbar reagiert auf ein technisches Problem, das wir da mal gemeldet haben. Das ist für Android vor allem spannend. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt… Doch, gibt es auch unter iOS, ne? Keine Ahnung, also Pocket Cast, Antenna, gibt es jede Menge, wenn ihr da… Für iOS sonst noch Overcast finde ich persönlich den komfortabsten. Auf jeden Fall macht es total Sinn, euch so eine App zu installieren, denn dann könnt ihr nämlich die Folge einmal kurz runterladen, dann bleibt die auf dem Handy gespeichert. Ihr könnt die auch unterwegs hören, der Podcast-Player merkt sich, wo ihr wart. Das heißt, wenn ihr mal aufhört, könnt ihr an der Stelle weiterhören. Man kann wunderbar komfortabel springen, über die Kapitelmarken einzelne Themen direkt anspringen. Das wäre unser Appell, Podcast-Player runterladen und dann die Lage abonnieren. Also abonnieren bedeutet im Grunde, dass automatisch die neue Folge runtergeladen wird, wenn eine neue Folge erschienen ist. Und das geht ganz einfach, die haben alle eine Suchfunktion, meistens ist da irgendwie so ein Plus-Logo oder eine Lupe oder so. Klickt man drauf und dann tippt man im Suchfeld einfach Lage ein und wenn man dann auf Starten klickt und Suchen klickt… Oder abonnieren, ja genau, und dann auf Abonnieren klickt, dann hat man die halt abonniert. Genau, und dann muss man die nicht jede Woche wieder suchen. Also das wäre unser Tipp, Podcast-Player runterladen auf dem Smartphone, die Lage abonnieren und viel Spaß haben. Dann gibt es wieder eine Ankündigung für eine Lage live. Ulf und ich sind ja hin und wieder mal in der Republik unterwegs, um eine Lage live eben auf der Bühne aufzunehmen und ein bisschen so mit euch ins Gespräch zu kommen und ein Bierchen zu trinken. Und jetzt gibt es die nächste Lage live in Hamburg. Und zwar am, hatte ich dir das nicht gesagt? Wollten wir das nicht raussuchen? Am 23. ist es. Am 23. März ist es schon. Also das ist in einem guten Monat. Um 20 Uhr geht es los in Hamburg. Haben einen sehr schönen Saal gefunden. Genau, haben einen sehr schönen Saal gefunden. Fabrik der Künste nennt sich das. Tickets gibt es wie immer bei tickets.küchenstut.io. Findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr euch klicken. Und ja, dann freuen wir uns, dass wir euch da demnächst auch mal in Hamburg treffen. Genau, außerdem im Verkauf sind weiterhin die Tickets für die Lage live in Leipzig am 8. Juni. Das heißt, ihr könnt ja auch noch klicken. Ein paar sind noch da, die sind zwar schon heiß begehrt, aber ein paar haben wir noch im Angebot. Und dann, nur damit die nicht in Vergessenheit gerät, wir haben auch eine Lage live in Stuttgart, aber die ist ausverkauft. Deswegen haben wir die nicht mehr erwähnt. Da kamen schon besorgte E-Mails, weil wir die nicht erwähnt haben in der letzten Folge, ob die gestrichen ist. Nein, natürlich kommen wir Ende April nach Stuttgart, wie versprochen, nur ist ausverkauft. Deswegen haben wir da keine Werbung mehr gemacht. Wann kommt ihr nach Köln? Wann kommt ihr nach XYZ? Da haben wir eine kleine, gibt es viele Fragen, da haben wir eine kleine Seite gemacht mit so ein paar Anforderungen, die wir brauchen, um irgendwo mal vorbeizukommen. Link findet ihr in den Shownotes, kühnstudio-lager-der-nation-lager-live. Und genau, dann war noch die Frage, was machen wir bei der 100. Lage am 18. Mai voraussichtlich? Wir haben ja zweimal Geburtstag. Im März ist quasi wirklich der Geburtstag, wo wir im März 2016 die erste Lage ins Netz gestellt haben. Im Mai werden wir rechnerisch wohl die 100. Folge erreicht haben. Wir wissen ja nicht ganz genau, was wir machen, aber wir sind total offen für eine nette Party. Insofern schickt uns doch ein paar Vorschläge, ein paar kamen auch schon, was ihr spannend findet, zum Beispiel für die 100. Folge. Dann lasst mal den Geburtstag vielleicht eher ausfallen und feiern eher die 100. Folge. So, als Milesdown. Jo, im Mai irgendwann. Da kann man nämlich auch draußen was machen. Im März ist das Wetter ja so ein bisschen wackelig. Im Mai könnten wir was draußen machen. Also wenn ihr eine schöne Idee habt für eine Geburtstagslage, freuen wir uns auf eure Vorschläge. Unser erstes Thema. Dennis Uccell ist frei. Jedenfalls so halb. Ja, meldet die Welt. Haben wir heute Mittag gelesen. Deswegen, man muss ganz ehrlich sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, was das jetzt eigentlich bedeutet. Denn Holgi Klein vom RBB, auch Podcaster, twitterte gleich so schön, wirklich frei ist Dennis Uccell erst, wenn er in Deutschland ist. Das muss man so deutlich sagen. Mal schauen, was an der Grenze passiert. Ob es nicht noch irgendeine Hintertür gibt, wo sie ihn dann doch wieder einlochen. Aber jedenfalls, er soll entlassen worden sein und wir schauen mal. Genau, also der Mann ist Korrespondent für die deutsche Zeitung des Sprenger-Konzerns Welt gewesen und saß dort eben jetzt über ein Jahr in Untersuchungshaft. Ja, weil er letztlich seine Arbeit gemacht hatte, also Interviews gemacht hatte zum Beispiel auch mit PKK-Leuten. PKK ist eine Organisation, die die türkische Regierung für Terroristen hält. Er hat halt ein Interview mit ihnen gemacht und unter anderem deswegen saß er dann wohl drin. Aber genau wissen wir es halt nicht, weil er nie eine Anklageschrift zu sehen bekommen hat. Ganz genau und das ist auch der Grund, weswegen wir den Fall nochmal aufgreifen. Also abgesehen davon, dass ein Jahr Haft für einen Journalisten natürlich hart ist, wenn er einfach nichts gibt. Lange Einzelhaft auch. Lange, genau, also wirklich erschwerter Haftbedingungen. Am Anfang hat man ihm noch nicht mal Papier und Schreibwerkzeug gegeben. Also die Bedingungen waren in der Tat alles andere als ein Spaß. Aber weg von diesem Einzelfall finden wir nämlich die Frage spannend, warum es eigentlich so ein Problem ist, wenn jemand so lange ohne Anklage in Haft sitzt. Und die Antwort ist vergleichsweise einfach, man kann sich überhaupt gar nicht verteidigen, wenn man nicht mal weiß, was einem eigentlich vorgeworfen wird. Und da haben wir mal gedacht, schauen wir mal ganz kurz in Deutschland ins Gesetzbuch und stellen da mal so die Rechtslage dazu dar. Es gibt nämlich zwei Normen, die das regeln bei uns, § 121, § 122 der Strafprozessordnung. Und die sehen vor, dass man normalerweise eine U-Haft nicht länger als sechs Monate aufrechterhalten darf, solange kein Urteil ergangen ist. Was heißt denn U-Haft? Also wann komme ich denn in U-Haft überhaupt? Da gibt es auch eine Regelung in der SCPU dazu. Man braucht einen dringenden Tatverdacht, das heißt eine sehr hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit. Für eine Anklageerhebung reicht ja ein hinreichender, das heißt quasi 51 Prozent Verurteilungswahrscheinlichkeit. Und beim dringenden Tatverdacht muss die Wahrscheinlichkeit noch deutlich höher sein. Prozente kann man da nicht so richtig angeben, aber ich weiß nicht, vielleicht 70, 80, auf jeden Fall eine überwiegende sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Und dann braucht es einen Haftgrund. Das ist ganz wichtig, weil das vielen Menschen gar nicht klar ist. Also alleine, weil man einer Straftat dringend verdächtig ist, darf man nicht in Haft genommen werden, sondern es gibt in der Praxis vor allem zwei Haftgründen. Das eine ist die Fluchtgefahr. Also wenn jemand zum Beispiel wegen Mordes oder eines Mordes beschuldigt wird und dann droht ihm lebenslange Freiheitsstrafe und daraus ergibt sich relativ leicht eine hohe Gefahr, dass derjenige sich dem Verfahren nicht stellen wird. Und das zweite ist Verdunklungsgefahr. Also insbesondere, wenn jemand versucht, auf Zeugen einzuwirken und die zum Schweigen zu bringen, das könnte dann die Besorgnis begründen, dass derjenige versucht, die Aufklärung der Tat zu verhindern. Das sind so die beiden klassischen Haftgründe. Interessant noch so im internationalen Vergleich ist, dass wir in Deutschland extrem viel U-Haft verhängen. Also wir sind da sehr, sehr schnell da mit dabei, Leute in Haft zu nehmen. In den USA zum Beispiel kann man zwar auch sehr schnell angeklagt werden, aber sehr viele Beschuldigte werden da zunächst mal wieder auf Kaution entlassen. Das ist bei uns sehr, sehr selten der Fall. Einfach weil die, man muss einfach sagen, die Justizpraxis ist U-Haft sehr, sehr schnell zu vollständig. Also sechs Monate ist sozusagen der Regelfall. Sechs Monate ist eigentlich die Obergrenze für die U-Haft. Bis dahin muss ein erstinstanziges Urteil ergangen sein. Das ist natürlich sehr ehrgeizig. Das klappt auch nicht immer und deswegen gibt es Ausnahmen dafür. Nämlich, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen, also schwieriger Fall oder ein anderer wichtiger Grund, ein Urteil noch nicht zugelassen haben innerhalb von sechs Monaten. Aber dann kann das das Gericht auch nicht mehr alleine entscheiden, sondern dann muss das Oberlandesgericht darüber entscheiden, ob die U-Haft fortgesetzt werden kann. Okay, also und Dennis Jujel saß jetzt ein Jahr in U-Haft ohne Anklage. Das heißt, er hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie er sich verteidigen sollte. Er wusste überhaupt nicht, hat er jetzt vor dem Vorgang von Morim geklaut hat oder was war jetzt der genaue Punkt? Und da irgendwie eine Verteidigung zu entwickeln ohne Anklageschrift, das geht natürlich nicht. Und de facto war er eigentlich eine politische Geisel. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das kann man schon so sagen, weil die türkische Regierung ein Zeichen setzen wollte gegen kritischen Journalismus. Also insbesondere Journalismus, der den Umgang der türkischen Behörden mit der kurdischen Minderheit infrage stellt. Und auch deutlich machen, dass sich die türkische Regierung nicht von Deutschland irgendwas vorschreiben lässt. Ja genau, da muss man sehen, da gab es ja eine ganze Reihe von deutsch-türkischen Konflikten im Hintergrund. Das eine war die Zulassung von türkischen Vertretern im deutschen Bundestagswahlkampf, was für Verstimmungen gesorgt hat. Dann gab es den Fall Erdogan und Böhmermann, wo ja auch die Bundesregierung aus Sicht der Türkei nicht hinreichend sich vor den türkischen Ministerpräsidenten gestellt hat. Insofern, da gab es eine ganze Reihe von Konflikten und der Eindruck liegt nahe, dass die Inhaftierung auch damit im Zusammenhang steht. Aber natürlich, letztlich weiß man es nie so richtig interessant, finde ich nur an der ganzen Aktion, dass es ja ein Schlaglicht darauf wirft, wie weit es eigentlich mit der unabhängigen Justiz in der Türkei her ist. Ja, Yildirim, der Ministerpräsident, hat ja immer gesagt, ja, da können wir nichts machen, wir wissen nicht, wann der Freie kommt und ob und das ist ja Sache der Justiz. Aber, hat er jetzt gesagt, bei der ARD, glaube ich, möglicherweise wird da demnächst was passieren. Er war ja auf Deutschland besucht, das als Hintergrund. Er ist bei Angela Merkel zu Besuch gewesen, es gab eine gemeinsame Pressekonferenz. Angela Merkel hat, was ja diplomatisch eher unüblich ist, die Menschenrechtssituation und auch diesen konkreten Fall angesprochen in einer Pressekonferenz. Da sagte dann eben der türkische Ministerpräsident, also er fände es ja gut, wenn sich der Fall beschleunigen würde und irgendwie ein, zwei Tage später ist der Mann frei. Aber klar, völlig unabhängige Justiz, das hat nichts mit diesen politischen Einflüssen zu tun. Aber wir wissen jetzt auch nicht genau, warum er freikommt. Nein, das muss man dazu sagen. Die Kalkulation dahinter und die politische Strategie, kann man nur spekulieren. Und wir warten, wie Holgi so schön getwittert hat, einfach darauf zu schauen, ob er wirklich, wirklich freikommt. Mal sehen, also ob er wirklich in Norddeutschland darf. Die SPD hat wieder für sehr viel Unterhaltung gesorgt und wir haben das letzte Woche ja auch erst uns so ein bisschen geärgert, dass wir noch vermeldet hatten, dass Martin Schulz Außenminister wird und dass Andrea Nahles der neue Parteivorsitzende wird. Und dann, ja, mussten wir dann doch feststellen, dass das doch wieder alles nur von sehr geringer Halbwertszeit war, diese Information. Und Martin Schulz auf Druck der Parteibasis vor allen Dingen und auch aus dem Vorstand gesagt hat, ach nee, Außenminister ist jetzt doch nicht für mich. Ich lasse das mal. Und die SPD dann auch noch festgestellt hat, dieser schöne Hinterzimmer-Kuh, Andrea Nahles übernimmt von ihm erst mal kommissarisch den Vorsitz, bevor sie sich dann auf dem Parteitag zur Wahl stellt und hoffentlich zur Vorsitzenden gewählt wird. Ah, nee, geht nicht. Funktioniert auch nicht. Insofern muss man sagen, hat die Partei da ein ganz furchtbares Bild abgeliefert, aber vielleicht doch noch ein, zwei Sätze zu diesem Schulz-Abgang. Also Martin Schulz hatte ja so die Idee, ich übergebe den Vorsitz der Partei und rette mich quasi ins Außenministerium, das ja klassischerweise für so eine Art PR-Boost sorgt. Das heißt, die allermeisten Menschen, die dieses Amt innehaben, freuen sich hinter größter Beliebtheit. Selbst Sigmar Gabriel ist ja derzeit Deutschlands beliebtester Politiker. Der sollte quasi mal eben kurz abgesägt werden, indem man ihn durch den wesentlich unbeliebteren Schulz ersetzt. Und normalerweise wird sowas ja im politischen Feld so halbwegs hingenommen. Da zerbrechen allenfalls Freundschaften. Aber Sigmar Gabriel war offensichtlich so sauer, dass er zu einem wirklich fiesen Gegenschlag ausgeholt hat. Er hat nämlich ein Interview gegeben und sich da über die Gemeinheiten beklagt innerhalb der SPD. Und das gipfelt dann in so einem etwas launigen Oto, wo er seine Tochter zitiert. Die ist so ein kleines Mädchen, zwei, drei Jahre alt. So jung, weiß ich nicht. Aber es ist ein kleines. Und die soll gesagt haben, es sei doch viel schöner auch bei der Familie statt mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht. Was natürlich schon ein ganz fieser Tiefschlag ist. Und was Sigmar Gabriel nach allem, was man so hört, in der SPD auch keine Sympathine eingebracht hat. Jedenfalls hat Martin Schulz also gemerkt, der Widerstand in der Partei wird einfach zu groß. Er kann diesen Move nicht machen. Und jetzt muss er eben diese Pläne aufgeben. Wer jetzt allerdings Außenminister werden soll, ist noch offiziell unklar. Sigmar Gabriel könnte es theoretisch werden, hat aber eben so viele Gegner in der SPD, dass das als überhaupt nicht sicher gilt. In Berlin kursieren alle möglichen Kabinettslisten für die SPD. Es ist wohl, das ist die gute Nachricht, auch noch nicht ganz sicher, dass Heiko Maas Justizminister bleiben darf. Da werden auch andere Namen gehandelt, was ja, glaube ich, qualitativ dem Ministerium nur guttun kann. Aber es ist eben unklar, was mit dem Auswärtigen Amt passiert. Sigmar Gabriel ist alles andere als gesetzt. Müssen wir abwarten. Jedenfalls aber Martin Schulz hat bei diesem ganzen Spielchen total verloren, denn er ist jetzt im Grunde ein Pfarrer Bundestagsabgeordneter. Ein Pfarrer Abgeordneter, genau. Nahles steht auch so ein bisschen beschädigt da, weil sie hat diesen Move, diese Rochade ja mitgemacht. Ja, so nach dem Motto, ja, da mache ich mal den kommissarische Leitung von dieser Partei, bis da neu gewählt wird. Und dann stellt sie sich aber kurz danach raus, äh, ja, wir haben nochmal in die Satzung geguckt. Und ich glaube, da gibt es Stellvertreter, die da irgendwie erstmal kommen sollten. Und geht nicht so. Und jetzt hat also Olaf Scholz die kommissarische Leitung der Partei übernommen, bis dann alles gewählt wird. Also der Hintergrund ist nämlich, dass nach dem Organisationsstatut der SPD, wenn der Vorsitzende wegbricht, wie hier, Martin Schulz ist ja einfach zurückgetreten, dann einer der Stellvertretenden natürlich aufrückt. Also die Geschäfte führen die Stellvertretenden weiter. Da gibt es sechs, meine ich, an der Zahl. Und zu denen gehört Andrea Nahles einfach nicht. Das heißt also, das kann sie einfach nicht machen. Und dementsprechend muss das einer der sechs. Dass es jetzt Olaf Scholz geworden ist, muss man allerdings sagen, ist sicher auch kein Zufall. Denn er gilt als einer der engsten Vertrauten von Andrea Nahles. Das ist auf den ersten Blick verwirrend, weil Olaf Scholz ja innerhalb der SPD ernst konservativ ist. Während Andrea Nahles jedenfalls historisch betrachtet eher dem linken Flügel zugeordnet wird. War mal sehr links als Juso-Vorsitzende. Die Erklärung dafür liefert der Spiegel nach, der in dieser Woche berichtet, dass Olaf Scholz und Andrea Nahles seit längerem eine Seilschaft gebildet haben. Also sie haben sich quasi so gegenseitig ewige Treue geschworen. Mal schauen, wie lange das dauert. Sie Schulz und Gabriel mit so Politstreue schwören, kann es ja auch schnell mal vorbei sein. Momentan aber scheint dieses Bündnis zum gegenseitigen Vorteil noch zu funktionieren. Strategisch ist das nicht ganz doof. Denn Nahles und Scholz repräsentieren ja auch ganz unterschiedliche Flügel in der SPD. Scholz eben den konservativen Seeheimer Kreis, Nahles traditionell eher die sozialorientierteren Sozialdemokraten. Dann erwarten, dass die beiden sich zusammengetan haben und zum wechselseitigen Vorteil miteinander kooperieren. Das ist von der Idee her gar nicht verkehrt. Die Frage ist nur, ob die nicht beide auch an Profil verlieren durch diese Zusammenarbeit. Ja und das ist auch noch eine Frage, wie das mit Sigmar Gabriel klappt, weil Nahles und Gabriel können sich gar nicht riechen. Nee. Die beiden hatten nicht immer eine gute Zeit. Hintergrund ist, Andrea Nahles war Generalsekretärin unter dem Vorsitzenden Gabriel und musste seine ständigen Kurswechsel und Ausfälle irgendwie dann nach außen verkaufen. Also das war wohl kein Spaß. Also da gibt es jetzt also demnächst einen Parteitag und da wird dann wieder ein neuer Vorsitzender, Vorsitzender gewählt. Nahles tritt sicherlich an als Favoritin. Es gibt aber noch so ein paar andere Kandidaten, unter anderem Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange. Sehr sympathisches Interview habe ich da gelesen. Das verlinken wir in den Shownotes. Also ehrlich gesagt finde ich das schon mal ein sehr deutliches Signal, dass überhaupt jemand antritt gegen Andrea Nahles. Das zeigt im Grunde die massive, massive Unzufriedenheit an der SPD-Basis. Also eigentlich gibt es da sehr, sehr viele Leute, die auf die gesamte Führungsregel keinen Bock mehr haben. Ob die nun Schulz, Scholz oder Nahles oder Gabriel heißen, die sind im Grunde, also natürlich nicht aus Sicht aller, aber aus Sicht breiter Kreise der Basis völlig indiskutabel. Und meinst du, das reicht aus, um da wirklich so eine wie die Lange an die Spitze zu wählen? Im Zweifel vermutlich nicht, wenn man sagen wird, sie hat einfach zu wenig, sie hat zu wenig Erfahrung in der Partei. Auf der anderen Seite gibt es doch eine sehr starke Sehnsucht danach, dass die Partei sich mal grundsätzlich neu aufstellt. Und man muss einfach sehen, alle Leute, die da jetzt aus der Partei Spitze genannt werden, sind natürlich einfach seit ewigen Zeiten dabei. Andrea Nahles zum Beispiel war auch schon an den Entscheidungen für die Agenda 2010, ja, also Stichwort Hartz-IV-Gesetze und so beteiligt, das muss man sich überlegen. Die war damals schon Mitglied im Parteivorstand. Das heißt also, eine echte Abkehr von den historischen Fehlern der SPD wäre auch mit Andrea Nahles sicherlich nicht zu erreichen. Aber wenn ich jetzt sage, historische Fehler, das ist natürlich sehr umstritten, ob das so war. Aber es gibt jedenfalls breite Kreise in der Bevölkerung, die der SPD die Agenda 2010 nie verziehen haben. Und für die die SPD sicherlich so lange nicht wählbar ist, wie da nicht ein Kurswechsel vollzogen wird. Den allerdings, muss man ja deutlich sagen, hat Andrea Nahles schon ausgeschlossen. Also sie hat ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, also es wird mit ihr keinen Linksschwenk geben, keinen Kurswechsel, sondern weiter so. Und ob weiter so tatsächlich so ein sexy Programm ist aus Sicht der SPD-Basis, müssen wir abwarten. Ja, das sieht zumindest nicht danach aus. Zumindest, wenn man die Sonntagsfrage sich anschaut, die im Auftrag von Insa und Bild gestellt wurde. Also diese Frage, welche Partei würden sie wählen, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Und da kommt die CDU, CSU auf gut 29 Prozent, die SPD auf gut 16. Was für beide Parteien dramatische Einbruch ist. Also die Union verliert gegenüber der Bundestagswahl 3 bis 4 Prozent, die SPD eher 4 bis 5 Prozent gegenüber der Bundestagswahl. Das heißt also, die GroKo-Fraktionen büßen nochmals deutlich an Zustimmung ein und hätten nach diesem Ergebnis nicht mal mehr eine parlamentarische Mehrheit. Muss man sich überlegen. Also nach diesem Wahlergebnis würde es nicht mal für eine GroKo reichen. Oder ganz knapp. Also 47 Prozent im Bundestag kann je nach Stimmenverteilung im Ausnahmefall mal reichen. Aber seit die Überhangmandate weitgehend ausgeglichen werden, wird es schwierig. Also sehr wahrscheinlich hätte die GroKo keine Mehrheit mehr. Und AfD 15, Grüne 13, Linke 11,5, FDP 11,5. Also das sieht mir doch sehr nach Belgien aus. Also man muss ganz deutlich sagen, dass die Parteienlandschaft in Deutschland, wenn man sich diese Zahlen anschaut, total im Fluss ist. Also diese klassische Aufteilung, es gibt zwei große Volksparteien und zwei bis drei kleinere Parteien, die ist einfach nicht mehr aktuell. Das muss man so deutlich sagen. Und da kommen wir auch gleich noch dazu, wie man das analysieren kann. Bevor wir das tun, wollen wir aber den Blick auf die andere große Volkspartei richten, die in der Tat vielleicht sogar als Einzige noch den Anspruch erheben kann, überhaupt Volkspartei zu sein. Wie gesagt, 30 Prozent zurzeit etwa. Nämlich die christdemokratische Union Deutschlands. Da stellen wir uns nämlich die Frage, Philipp, hat denn Angela Merkel möglicherweise einfach den Absprung verpasst vom Kanzleramt? Ja, das ist zumindest so ein Eindruck, der sich aufdrängen kann. Also dass sie jetzt quasi erst in Jamaika und dann in der GroKo wirklich sehr, sehr, sehr viel hat aufgeben müssen, um an der Macht zu bleiben. Das ist, denke ich, unstrittig. Nämlich was? Naja, sie hat im Wesentlichen, ging es ja dann um die Ministerien, dass sie also wichtige Ministerien, die traditionell immer der CDU gehörten oder zumindest in der Kombination mit anderen Ministerien, nie alle an die SPD gingen, wie das Finanzministerium zum Beispiel. Das ist, denke ich, offensichtlich eine große Niederlage für sie und wird so gedeutet, dass sie halt wirklich alles getan hat, um an der Macht zu bleiben. Weil wenn die GroKo nicht geklappt hätte, dann wäre es auch mit Merkel eng geworden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das so, hat sie den Absprung verpasst? Hat sie das wirklich verpasst, sagen wir mal, ihre Kanzlerschaft mit Würde und Anstand zu beenden und zwar eine Eigenregie zu beenden und eine Nachfolge aufzubauen und so in die Geschichtsbücher einzugehen, als die große Kanzlerin mit XY-Attributen. Und jetzt ist sie aber da und murkelt da rum und wird abgesägt, sägt sich halb selbst ab. Und da würde ich sagen, da darf man, glaube ich, Merkel nicht unterschätzen. Also wenn irgendjemand stritten ziehen kann und wenn irgendjemand es versteht, die Lage so umzubiegen, dass sie am Ende mit einer Krone auf dem Kopf dasteht, dann ist das Merkel. Ja, also ich denke auch, dass sie politisch einfach eine der begabtesten Strateginnen ist, die wir in den letzten Jahren, wenn ich Jahrzehnten gesehen habe, da bin ich auch immer wieder ganz beeindruckt. Man kann das weniger sagen für die Inhalte, weil sie da einfach doch vergleichsweise wenig Akzente setzt. Sondern es gibt Ausnahmen, Stichwort Ende der Wehrpflicht, Stichwort Flüchtlingskrise. Energiewende und so. Energiewende, wo sie in einzelnen Punkten auch sehr einsame Entscheidungen getroffen und durchgezogen hat. Das muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen ist sie jedoch eher eine Moderatorin. Sie schaut sich an, in welche Richtung treibt dieser ganze Laden. Und dann aber setzt sie sich gerne an die Spitze der Bewegung. Und sie schafft es dabei eigentlich traditionell, immer an der Spitze zu bleiben. Und auch jetzt wieder hat sie einen ganz interessanten Move gemacht. Wie gesagt, ob die SPD-Basis in der Mitgliederbefragung tatsächlich für eine GroKo stimmt, ist alles andere als klar. Also die Opposition innerhalb der Partei ist sehr, sehr stark. Die Jusos gehen ja auf Wahlkampftour gegen eine GroKo. Die Parteispitze ist extrem beschädigt. Sie geht zwar auf Tour für die GroKo, aber mit Martin Schulz will man jetzt sicher nicht mehr werben. Und Andrea Nahles hat auch schon alles Mögliche gesagt zum Thema GroKo. Insofern ist das alles nicht so wahnsinnig glaubwürdig. Und man muss einfach abwarten, ob das überhaupt einen Plus gibt für die GroKo. Dafür spricht allerdings, habe ich heute, Quatsch, diese Woche im Freitag gelesen, ein politisches Wochenmagazin aus Berlin. Da wurde nämlich darauf verwiesen, dass in der SPD die Gewerkschaften nach wie vor sehr stark sind. Irgendwie 42 Prozent der SPD-Mitglieder haben eine Gewerkschaftsverankerung. Und aus mir persönlich nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen trommeln die Gewerkschaftschefs in Deutschland sehr für eine GroKo. Mit vielleicht aufgrund alter Treue zum SPD-Parteivorstand. Ich weiß es nicht. Jedenfalls trommeln die Gewerkschaften für die GroKo. Und das könne so jedenfalls der Freitag auch einen Ausschlag geben bei vielen Mitgliedern. Aber jedenfalls ist nicht ganz klar, was bei der Abstimmung rauskommt. Und Angela Merkel, große Strategin, baut schon vor für den Fall, dass es eben keine GroKo geben kann wegen eines Vetos der SPD-Mitglieder. Sie hat nämlich dem ZDF am vergangenen Wochenende im Interview gesagt, wenn auch etwas verklausuliert, in diesen typischen Merkelschen unscharfen Formulierungen, dass sie auch für eine Minderheitsregierung zur Verfügung steht. Das hat sie aber so nicht gesagt. Also das Wort Minderheitsregierung hat sie nicht gesagt. Das fehlt nicht. Aber sie hat nur gesagt, wie hat sie gesagt, sie steht für alle Optionen des Artikels 69. 63. 63. Grundgesetz offen. Und das bedeutet auch Minderheitsregierung. Genau. Artikel 63 ist diese Norm im Grundgesetz, die die Kanzlerwahl regelt. Die haben wir in der Lage ja schon ganz häufig diskutiert. Am Anfang braucht man absolute Mehrheit. Irgendwann dann reicht die relative, also die einfache Mehrheit der Stimmen. Und auch ohne Koalition könnte Angela Merkel sich damit zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung wählen lassen. Und also diese, wie gesagt, das ist typisch Merkel eine etwas verschwurbelte Formulierung. Aber im Ergebnis wird es wohl so gedeutet. Also Markus Feldenkirchen hat das, Spiegel-Redakteur hat das jedenfalls so verstanden und auch entsprechend getwittert und noch ein paar andere Politjournalisten. Also im politischen Berlin ist es so angekommen, dass Merkel damit quasi so sanft, ohne es beim Namen zu nennen, die Tür geöffnet hat zu einer Minderheitsregierung. Da muss man einfach sagen, strategisch total schlau. Weil das eine Riesenoption ist. Also das ist alles andere als ausgemacht. Wir haben zu Merkel auch einen ganz interessanten Einwurf von Daniel bekommen, der fragt, ich dachte bisher immer, dass sämtliche Gesetze vom Bundeskanzler, also Frau Merkel, abgesegnet werden müssen, bevor diese wirklich umgesetzt werden können. Hier, finde ich, kommt Frau Merkel einfach zu gut weg, dass zum Beispiel Dobrindt, also ehemaliger Verkehrsminister und für digitale Netze zuständig, ziemlich Mist baut, ist eine Sache. Wo aber ist Frau Merkel, die das auch immer absegnen muss? Das ist doch eine ganz andere. Warum wird an dieser Stelle immer nur Dobrindt zur Verantwortung gezollt und selten Frau Merkel? Ich finde das deswegen ein gutes Beispiel, weil das eben genau, sagen wir mal, die Antwort darauf ist, dass was immer gesagt wird und es ist hier ein gutes Beispiel, Merkel fährt auf Sicht. Die lässt ihre Minister machen und hat da jetzt keine große Vision, zu der sie die verpflichtet, obwohl sie sowas hat wie eine Richtlinienkompetenz, also die groben Linien der Politik, der Regierung schon vorgeben kann. Sie könnte Leuten wie Dobrindt auch klarere Ansagen machen, tut sie aber nicht, sondern die guckt halt so, was machen die und dann überlegt sie sich, ob sie interveniert oder eben auch nicht. Und deswegen, das ist halt eine ganz charakteristische Eigenschaft von Merkels Politik. Ja, das ist ganz interessant über die Frage, was denn eigentlich diese Richtlinienkompetenz in der Praxis bedeutet. Gibt es also dicke Aufsätze und fast, glaube ich, wahrscheinlich auch irgendwelche Dissertationen, also juristisch ist das heiß umstritten. Was die denn eigentlich umfasst, diese Richtlinienkompetenz, aber politisch betrachtet, ist ja völlig klar. Angela Merkel kann beim Bundespräsidenten die Ernennung und Entlassung von Ministern anregen und das hat er dann eben auch zu tun. Also Minister sind im Grunde von Angela Merkels wohlwollen abhängig. Das heißt also, die Richtlinienkompetenz braucht sie im Grunde gar nicht, weil im Hintergrund immer unausgesprochen die Drohung steht. Sie kann Minister auch einfach rauswerfen, wobei es dann wiederum die Besonderheit gibt, dass typischerweise in einer Koalition jede Partei selber die Personalentscheidung trifft. Also im Koalitionsvertrag wird normalerweise nur festgelegt, welche Partei welche Minister stellen darf, wer das dann aber tatsächlich ist. Also die Ressorts werden verteilt, aber welche Personen das sind, das entscheiden die Parteien selber und Angela Merkel kann also vor diesem Hintergrund wiederum etwas schwerer einen CSU-Minister entlassen, denn das wäre theoretisch auch ein Koalitionsbruch. Muss man ja sehen, CDU und CSU sind ja immer noch getrennte Parteien. Insofern ist die Rechtslage nicht so und auch die politische Lage nicht ganz so einfach, aber im Ergebnis wird man immer sagen müssen. Insofern vielen Dank an Daniel auch für dieses Feedback und für diesen Gedanken. Also man muss Angela Merkel auch dafür in die Verantwortung nehmen. Ja, also wenn sie gesagt hätte, sie kann ihm in der Regel nicht sagen, jetzt schreib mal diese Verordnung und schreib mal jene Verordnung, aber wenn sie ihm gesagt hätte, pass mal auf, die Autoindustrie wird dafür zahlen und die werden zur Nachrüstung verpflichtet. Mach mal. Dann heißt das noch nicht, dass er das machen muss, aber sie könnte wesentlich mehr Druck ausüben. Wenn sie gesagt hätte, wir wollen Glasfaser bis ins Haus, das ist hier mein Programm, mach mal, dann hätte das einen Unterschied gemacht. Und das ist aber nichts passiert. Wir haben jetzt noch, uns ist noch Herr Spahn aufgefallen, den hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt, als so ein potenzieller Nachfolger, der ist ja relativ jung, mit 37 Jahren, er sitzt im Präsidium der CDU und ist noch parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Der wird ja immer so als einer der möglichen Nachfolger gehandelt, mindestens für höhere Posten, aber vielleicht auch für Merkel selbst. Und von dem hatten wir jetzt gar nichts gehört, auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen und dieser ganzen Kabinetts-Rochaden und Ministerposten-Rochaden hatten wir von ihm nichts gehört. Jetzt ist er aufgetreten beim politischen Aschermittwoch in Fellbach. Vielleicht sollten wir noch, bevor wir da ins Detail gehen, sollten wir vielleicht noch einen Satz sagen zu dieser Institution des politischen Aschermittwochs. Ja, das habe ich meinen Sohn auch gefragt. Was ist das denn? Was soll das denn eigentlich? Aschermittwoch ist ja eigentlich zunächst mal ein christliches Fest, vor allem in der katholischen Kirche großbegangen, irgendwie mit Aschekreuz auf der Stillen und so, sehr eindrucksvoll der Zeremonie. Ich bin ja katholisch, habe das also auch schon öfter miterlebt. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Gut, jedenfalls neben dieser religiösen Dimension hat der Aschermittwoch auch die Bedeutung eines politischen Hochfests, muss man schon sagen. Denn die politischen Parteien in Deutschland treffen sich an diesem Tag typischerweise zu relativ volkstümlichen, krachledernden Veranstaltungen. Das heißt also, das ist so der typische Tag für Bierzelttreffen, wo dann die Leute sich bei einiger Sauferei treffen und die Führungspersönlichkeiten der Parteien merkige Reden halten. Das ist also jetzt nicht der Tag für feinsinnige Diskussionen, sondern da wird eher so ein bisschen auf die Pauke gehauen und man versucht sich so ein bisschen politischen Stellung zu bringen und vor allem auch die eigenen Anhänger zu mobilisieren und denen deutlich zu machen, wofür man denn eigentlich steht. Also man muss schon wissen, da geht es ein bisschen herber zur Sache. Das sollte man immer bei der Einordnung wissen. Und in diesem Kontext fanden wir jetzt ganz interessant den Auftritt von Jens Spahn, der in Baden-Württemberg ans Rednerpult getreten ist. Das Multikulti, alles ist doch irgendwie egal, der 68er, das ist durch, das haben die Menschen satt und das ist doch unsere große Chance als die Werte-Partei, die Partei, die für Heimat und Geborgenheit steht und gleichzeitig die Zukunft gestaltet. Ja, Heimat und Geborgenheit, Zukunft, Multikulti ist vorbei. Wer hätte was gegen Zukunft? Das muss man ja ganz deutlich sagen. Wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen über das Heimatmuseum von Horst Seehofer lustig gemacht. Da kam dann eine Zuschrift, die ich persönlich ganz interessant fand, dass wir uns darüber zu sehr lustig gemacht hätten, weil ja Heimat kein so negativer Begriff ist. Und ich würde das total unterschreiben. Also ich finde das total wichtig, Zuhause und Heimat sind mir persönlich auch wichtig, ja, also ein Zuhause zu haben. Aber die Frage ist alleine schon, welche Vokabel verwende ich? Ich finde einfach, Zuhause und Heimat haben einen ganz anderen Klang. Also zu wissen quasi, wo man herkommt, zu wissen, wo man zu Hause ist, ist das eine. Das ist völlig menschlich. Jeder möchte irgendwo seine Wurzeln haben und seine Anbindung und seine Wohnung zum Beispiel und seinen Freundeskreis. Es gibt ja auch sowas wie ein soziales Zuhause. Aber wenn man das dann als Heimat bezeichnet, dann hat das aus meiner Sicht unweigerlich so einen Hauch von Trachten, Trachtenjanker, oder? Ist ja auch so gemeint. Also ich finde ja bei solchen Begriffen immer, dass man sie nicht bestimmten Gruppen überlassen sollte, nicht zwangsweise, die sie einmal okkupiert haben. Das ist dann immer so eine heiße Diskussion wie bei NS, also bei Begriffen, die halt von den Nazis mindestens missbraucht, gebraucht wurden. Kann man die überhaupt noch gebrauchen oder kann man sie wieder neu gebrauchen und ihre Konnotation ändern und neu definieren? Aber hier in dem Fall Heimat, finde ich, kann man das schon machen, weil ich finde, das ist schon ein wichtiger Begriff. Aber ich bezweifle, dass man danach ein Ministerium benennen muss. Was soll die Aufgabe eines Heimatministeriums sein? Das ist, finde ich, reine Propaganda. Das ist reine CSU-Propaganda. Die wollen halt deutlich machen, dass sie da diesen Begriff irgendwie besetzen und irgendwie unterbringen und irgendwo ihren Stempel hinterlassen haben und deswegen heißt das Ding jetzt so. Ja, ich habe vor allem den Eindruck, dass die CSU da mit quasi diesem Agenda-Setting der AfD total auf den Leim geht. Denn die AfD versucht ja, dieses Thema Heimat, Deutschland zu besetzen auf der einen Seite und das zugleich natürlich zu wenden in eine aggressive Feindlichkeit gegenüber allen, die aus Sicht der AfD nicht dazugehören. Also dazu sind natürlich Geflüchtete, aber auch die sogenannten Linksversifften oder so. Also es gibt ja ein ganz deutliches Arbeiten mit Ausgrenzung. Also man definiert Deutschland und Heimat auf der einen Seite und dann definiert man die, die aus Sicht der AfD nicht dazugehören und die man ablehnt und die man am allerliebsten rausschmeißen oder gar an die Wand stellen möchte, wie man einige AfD-Vertreter hört. Und ich glaube, die CSU geht diesem Agenda-Setting, diesem Setzen von Schlagwörtern und Setzen von Themen total auf den Leim, indem sie jetzt selber sich quasi zur Heimatschutzpartei machen. Anstatt dass man einfach mal darüber redet, warum haben denn eigentlich Menschen so ein starkes, vermutlich sogar deutlich immer stärkeres Bedürfnis danach, dass ständig von Heimat die Rede ist. Und das ist doch die eigentliche Frage. Warum haben Menschen dieses Gefühl von fehlender Geborgenheit, sodass mit einem Mal, nachdem das irgendwie 50 Jahre keine große Rolle gespielt hat, Heimat wieder so ein spannendes Thema ist. Und das finde ich die entscheidende Frage. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir im Kontext, warum kommt die AfD so in Mode, warum ist die AfD so vergleichsweise stark überwiederbesprochen haben, dieses Gefühl von Verunsicherung, dieses Gefühl auch von Überforderung, die Dinge verändern sich zu schnell und man verliert vor allem erst mal eben nicht die Heimat im physischen Sinne, sondern man verliert vor allem so ein Gefühl von Geborgenheit. Und ich glaube, das nimmt die AfD total geschickt auf und das ist aus meiner Sicht die Kritik, die sich die großen Parteien auf die Fahnen schreiben müssten. Man muss nicht von Heimat die ganze Zeit reden, aber man muss den Menschen einfach ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben. Und aus meiner Perspektive ist, was da verloren gegangen ist, vor allem sowas wie eine soziale Sicherheit, soziale Geborgenheit. Philipp, ist das plausibel aus deiner Sicht? Ja, ich denke gerade darüber nach. Also ich frage mich gerade, wir haben das ja schon öfter besprochen, wir hatten ja auch so Zuschriften von Leuten, die sich so heimatlos fühlen, auch dieser Text von Michael Seemann, ja, so diese globale Elite. Stimmt, ja genau, sehr schöner Text. Dieser Kontext, wo sich dann auch Leute bei uns ja gemeldet haben und sagen sie, überall wird Englisch gesprochen, alle gucken irgendwie englische Serien und so und dass ihnen da so ein bisschen das Zuhausegefühl abhandengekommen ist. Ich frage mich, warum man das so kritisiert, dass das ein Ministerium geworden ist. Es ist halt so ein bisschen das Gefühl, mein Gefühl ist, es ist eigentlich ein Querschnittsthema und die Bundesregierung sollte auf sehr, sehr vielen Ebenen an einem neuen Zuhausebegriff sozusagen werkeln, der nicht so exklusiv, sondern inklusiv ist und da dann ein Ministerium, ein Heimatministerium zu nehmen, finde ich, ist das falsche Signal und deswegen bin ich doch skeptisch. Wir haben auch mit Jens Spahn, genau, das ist vielleicht auch noch als kurzer Hinweis, mal im Küchenradio mit Jens Spahn gesprochen, das ist schon ein bisschen länger her, ist so ein bisschen so ein altes, chaotisches Küchenradio-Interview, aber wie gesagt, könnt ihr euch mal anhören, Links findet ihr in die Show Notes. Diese Woche war eine interessante Diskussion, finde ich, die kam so ein bisschen auf wie Kai aus der Kiste, nämlich These war, die Bundesregierung will einen kostenlosen öffentlichen Personennachverkehr, also dann kam raus, sie will es nicht, sondern sie hat es prüfen lassen beziehungsweise hat es in einem Brief erwähnt, das muss man vielleicht kurz zum Kontext sagen, also Hintergrund ist, die EU-Kommission bereitet eine Klage vor oder erwägt, im März will sie entscheiden, glaube ich, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einzureichen gegen Deutschland und acht andere Länder, weil eben die Luftverschmutzung in diesen Ländern zu hoch ist, es drohen halt hohe Strafzahlungen, weil eben die Grenzwerte für viele giftige Stoffe in den, in vielen Städten eben überschritten werden, Bundesregierung hat da auch gerade eingestanden, dass sie es nicht schaffen wird, wohl bis 2020 in 20 deutschen Städten die EU-Grenzwerte für zum Beispiel Stickoxide einzuhalten, Stickoxide kommen, vor allen Dingen aus dem Verkehr, aus dem Autoverkehr, vor allen Dingen aus Dieselmotoren und vor diesem Hintergrund haben die Ministerien Umwelt und Verkehr und das Bundeskanzleramt einen Brief geschrieben an die Umweltkommissarin in Brüssel und insgesamt eben sieben Maßnahmen vorgeschlagen, um dieser Klage eventuell vorzukommen und darin war dann von Verkehrsregelungen die Rede, von Einrichtungen von Niedrigemissionszonen für Schwerlastverkehr, Förderung von E-Mobilität, also Sachen, die auch im Koalitionsvertrag stehen und eben kostenloser öffentlicher Nahverkehr mit dem Ziel, die Anzahl der Fahrzeuge zu verringern und eben so mit der Ankündigung, wir wollen das mal testen in fünf deutschen Städten, Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. So ist das Ding in die Welt gekommen und da waren natürlich alle erstmal Also auf Druck der EU-Kommission. Ja, na klar. Das ist jetzt keine irgendwie grüne Seele der Gruppe. Überhaupt nicht und das steht jetzt im, jetzt ist das schon nächste Woche Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, entscheidet über, ob Städte, Fahrverbote verhängen sollen und müssen und dürfen. Also da steigt der Druck schon erheblich und das ist jetzt nicht aus irgendeiner grünen Seele entsprungen. Aber da haben natürlich alle erstmal gesagt, super, ich finde, dieses Thema ist deswegen auch so interessant, weil es, sagen wir mal, die Schwierigkeit von Politik deutlich macht. Es ist erstmal im ersten Impuls für ganz viele sagen, ja, na klar, perfekt, ist doch super. und sobald du ein bisschen anfängst darüber nachzudenken, merkst du, diese Entscheidung hätte wahnsinnig viele Nebenwirkungen und das wird klar, dass Politik in einem unglaublichen Netzwerk stattfindet und dass so eine Gesellschaft ein System ist mit vielen bewegenden Teilen und wenn du an einem was änderst, ändert sich ganz viel und Gesetze haben unerwartete Nebenwirkungen, mit denen keiner rechnen konnte und das ist ein unglaublich komplexes Gebilde und so ist es hier auch. Genau, wenn du das ja quasi als Framing, als Rahmen für die Debatte setzt, möchte ich allerdings einen Gegenbegriff neben diese Komplexität setzen und zwar Stichwort Derailing. Mit anderen Worten, Derailing ist ein Begriff aus Internetdiskussionen, nämlich entgleisen lassen an der Diskussion. Man kann natürlich zum einen bei jeder Diskussion auf, sagen wir mal, Nebeneffekte schauen und die können auch das Sachproblem tatsächlich komplex machen. Es gibt aber natürlich auch die Strategie, eine bestimmte These quasi abzuschießen, indem man sie mit Komplexität total überfrachtet. Also ein klassisches Beispiel wäre dafür das Thema Whistleblower-Schutz. Da kann man einfach ganz schmal diskutieren, ist das Verhältnis zwischen Journalisten und Informanten rechtlich wasserdicht geschützt? Ja oder nein? Da kann man eine einfache Rechtsfrage draus machen und kann man einfach beantworten. Man kann das Thema aber auch völlig überfrachten. Man kann mit einmal diskutieren, wie ist es denn mit Schutz von Whistleblowern, Verkündigungen, wie ist es denn mit Verschlüsselungstechnik? Man kann also das Thema so groß aufblähen, dass es irgendwann nicht mehr zu handeln ist. Und insofern würde ich sagen, da muss man jeder Diskussion sich genau diese Frage stellen. Handelt es sich wirklich um eine genuine Komplexität des Themas? Hinkt das notwendig mit dieser Frage zusammen? Oder hat da möglicherweise jemand einfach Probleme damit dran geklatscht, weil er einfach die Frage möglichst vom Tisch haben will? Guter Punkt. Fangen wir mal an, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Also pro, was spricht dafür? Für diesen kostenlosen, also kostenlos würde ich ja Fahrschein los. Eigentlich heißt er Fahrschein los. Und die Piraten haben das so ein bisschen auf die politische Agenda gesetzt vor ein paar Jahren, als sie hier in Berlin im Landtag waren. Das muss man ihnen zugute halten. Also natürlich ist der öffentliche Nachverkehr nicht kostenlos. Natürlich kriegen die Lokführer Lokführerin Geld, die Züge kosten Geld, Schienen kosten Geld, kostet alles Geld. Aber er ist halt fahrscheinlos insofern, als dass Leute, die den Verkehr nutzen wollen, eben keinen Fahrschein mehr brauchen und keinen kaufen wollen. Daher kommt kostenlos. Aber sie brauchen keinen Fahrschein, sondern können das Ding einfach so nutzen und die Kosten werden halt aus anderen Töpfen getragen. Das ist nämlich die interessante Frage. Trägt die Allgemeinheit die Kosten dieser Mobilität oder werden diese Kosten individuell getragen? Und dazu muss man halt einfach wissen, dass ja die Allgemeinheit zum Beispiel auch bei anderen Mobilitätsformen erhebliche Kosten trägt. Also denken wir an den Autoverkehr, die Allgemeinheit zahlt die Straßen. Damit Menschen individuell sich mit ihrem Auto fortbewegen können. Zum Beispiel. Aber dafür gibt es auch eine Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer ist ja ein paar Cent. Also Pro wird immer angeführt, Beispiel Melbourne. Die haben das wohl gemacht und die argumentieren, warum haben sie das gemacht? Weil es einfach billiger ist, sagen die. Artikel haben wir verlinkt. Zehntausende Pkw ist weniger im Stadtraum. Straßen halten länger. Unfälle sind seltener. Positive Wirkungen natürlich auf die Luft sind immens, sagen sie. keine Fahrkartenkonleure, die man bezahlen muss, weil brauchst du halt keinen Fahrschein. Strafverfahren gegen Schwarzfahrer. In Berlin auch ein Riesenthema. Gehen gegen Null. Viele landen ja hier, hast du auch schon oft gesagt, im Knast, weil sie mehrmals schwarz gefahren sind und ihre Strafe nicht zahlen können oder wollen und dann eben Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssen. dazu eine interessante Zahl. Da gab es ein Interview mit dem Leiter der JVA Plötzensee. Das ist eine der Bedienerhaftanstalten und der hat gesagt, mindestens 155 unserer 480 Gefangenen wurden wegen Schwarzfahrens verurteilt. Das heißt also, normalerweise erstmal zu Geldstrafen, müssen jetzt aber Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen. Einem Tagessatz entspricht an einem Tag Haft, haben wir schon mal besprochen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Ein Drittel der Gefangenen sitzen jetzt im Gefängnis da in Plötzensee, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen konnten wegen Schwarzfahrens. Das muss man sich immer wieder klar machen, ist die Strafe. Kostet sehr viel Geld. 100 Euro pro Tag und Nase etwa Inhaftierungskosten. Und Zahl der Touristen ist gestiegen, sagt Melbourne. Das sind natürlich erstmal so die Sachen, die einem so einfallen. Aber dann gibt es halt eben auch Gegenbeispiele. Seattle ist ein Beispiel, die haben vor 5 Jahren ungefähr nach 40 Jahren angeblich die kostenlosen Fahrten im ÖPNV eingestellt. Einfach, sagen sie, weil es zu teuer war. Sie konnten es nicht mehr bezahlen. Und in Deutschland ist es also so, dass der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen gesagt hat, also die Verkehrsbetriebe in Deutschland nehmen jährlich 12 Milliarden Euro aus Ticketverkäufen ein. Wenn du das fahrscheinlos machst, müsste die Steuerzahler mindestens diese 12 Milliarden zahlen? Abzüglich der gesamten Kosten für das Ticketing, abzüglich der gesamten Kosten für die Kontrollen der Tickets und abzüglich der Kosten für die Strafverfolgung. Wir haben im Jahr in Deutschland etwa 60.000 Strafverfahren wegen Schwarzfahrens. 60.000 Strafverfahren dieses Jahr. Aber ich habe hier Ticketing, da sagt so ein Verkehrswissenschaftler Odet Katz von der Uni Delft Interview im Spiegel, Spiegel Online, der sagt, dass die Einnahmen aus den Ticketverkäufen in deutschen Großstädten in der Regel so bei 3 bis 5 Prozent liegen an den Ausgaben. Also die Kontrolle, weißt du? Ja. Die Kontrolle, Automaten wie Kontrolleure, macht ungefähr 3 bis 5 Prozent auspassen. Ich sage, man kann jetzt nicht sagen, die 12 Milliarden Euro müssten 1 zu 1 ersetzt werden durch Steuereinnahmen, sondern die würden wegbrechen, es würden aber auch andere Kosten wegfallen. Es würden die Kosten eben für die Kontrolle wegfallen, wenn es 5 Prozent nur sind, dann ist es eben vielleicht nur eine dieser 12 Milliarden, aber immerhin ist es eine Milliarde, die man spart. Und dann hat man eben die wegfallenden gesellschaftlichen Kosten der Strafverfolgung, die ja enorm sind. Die enorm sind? 60.000 Strafverfahren und die Leute können die Kosten im Zweifel nicht bezahlen. Und die Kosten, die wirklichen Kosten eines Strafverfahrens sind ja auch höher als die Gerichtskosten, die in Rechnung gestellt werden. Und das kommen aber auch neue Kosten dazu. Also die Rechnung ist ja, wenn du das fahrscheinlos machst, werden natürlich viel, viel, viel mehr Leute fahren. Ja, und das ist, wenn man ehrlich ist, sind das einfach natürlich Zahlen, die ja auch total gewünscht sind. Man will ja auch Menschen in den ÖPNV locken durch die Fahrscheinlosigkeit. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, wie viele Leute das sind. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, sprechen die Zahlen vor allem dafür, es wird ganz viele Verschiebungen geben. Es werden Kosten wegfallen, es werden Kosten dazukommen. Sehr wahrscheinlich wird es insgesamt für die öffentlichen Haushalte teurer werden. Das ist wahrscheinlich so. Wie viel teurer weiß man nicht. Und die Frage ist halt immer, wie breit, wie breit macht man den Fokus? Wenn man jetzt nur den Bereich Verkehr und Ticketing nimmt, dann kommen eben Mehrkosten auf uns zu. Wenn man den Bereich Strafverfolgung mit reinrechnet, sieht es ein bisschen anders aus. Und wenn man dann noch den Kosten, die Ersparnisse beim Bau von Infrastruktur reinrechnet, dass eben die Straßen nicht so oft kaputt gehen, wenn man nur alle paar Minuten mal einen Bus fahren lässt und nicht jede Sekunde ein fettes Auto. Das sind ja auch alles Kosten. Genau, aber du hast natürlich dann auch wieder, du musst mehr Busse kaufen, du musst mehr Züge kaufen, du musst mehr Leute einstellen, etc. Also, das ist keine ganz einfache Rechnung. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Botschaft, die man daraus ziehen kann, ist, man kann es finanziell nicht so richtig einschätzen. Es wird teurer werden. Wie viel teurer, weiß man nicht. Aber es hat halt Vorteile wie bessere Luft und weniger Stress, weniger Unfälle. Aber klar, aber letztlich ist es, glaube ich, eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung. Also, Estland wird auch im Angriff für Tallinn, die haben das wohl 2013 gemacht, kostenloser Nachverkehr. Die sind happy, oder? Die sind wohl ganz happy. Die hatten aber auch ein anderes Ziel. Die hatten das Ziel, vor allen Dingen, das für Arme und sozial Schwache zu machen. Und da sind wohl viele jetzt mit dem ÖPNV mehr unterwegs. Aber es sind eben wenige umgestiegen. Also, es sind vor allen Dingen ehemalige Fußgänger, die jetzt mehr ÖPNV fahren. Aber es sind wesentlich, es sind auch mehr, die ÖPNV fahren, 14 Prozent. Aber es sind eben wenig umgestiegen vom Auto. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass du natürlich, wenn du es für sozial Schwache das besser machen willst, okay, das wird wahrscheinlich gehen. Als politisches Projekt wird auch gehen. Aber der große Impuls ist ja auch weg vom Auto. Leute sollen umsteigen. Und ich glaube, das wird mit kostenlosen Ticketing alleine nicht möglich sein. Weil die Leute, die Leute fahren nicht Auto, weil der ÖPNV zu teuer ist. Sondern sie fahren Auto, weil es bequem ist, weil es ihnen als sehr, sehr zuverlässiger Weg gilt, um von A nach B zu kommen. Und um da Leute zum Umstieg zu bewegen, glaube ich, da musst du Geld in Taktung und Zuverlässigkeit des ÖPNV stecken. Also wenn du die Straßen, wenn du alle S-Bahnen in Berlin alle fünf Minuten fahren lässt oder noch schneller und die wirklich kommen, zuverlässig kommen und die Umstiege fluffig sind, dann wirst du Leute dazu bewegen. Also weil das merke ich, ich fahre dann, ich habe kein Auto, aber ich bin ends genervt, wenn ich eine Bahn früher nehmen muss, als ich eigentlich muss, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die Bahn, die ich brauche, wirklich kommt. Und das ist tödlich. Also da fängst du dann wirklich an zu überlegen, brauchst du nicht doch ein Auto? Und ich glaube, da müsste das Geld reinfließen. Plus, glaube ich, dass du das Auto noch unattraktiver machen musst. Also dass du eine City-Maut brauchst. Das wollte ich gerade sagen. Das wäre das Beispiel London. Also London hat ja im Grunde seine Innenstadt für Autos weitgehend zugemacht. Also man kann zwar noch reinfahren, das ist aber extrem teuer. Es stehen überall Kameras, die die Kennzeichen scannen. Also du kannst auch nicht quasi schwarz fahren mit deinem Auto. Du musst auch wirklich zahlen. Stockholm ist, glaube ich, ähnlich. Genau. Und deswegen muss man sagen, die Londoner Innenstadt ist jetzt total ruhig. Da fahren im Wesentlichen nur noch Taxis und Krankenwagen rum. Also ich war jetzt vor ein, zwei Jahren zuletzt in London, aber das war eine total nette Erfahrung, dass da einfach so wenig Autos rumfahren. Und du musst Parkplätze weniger machen und du musst sie teurer machen, damit die Leute, sag mal, die Kosten, die so ein Auto hat, auch spüren. Nämlich, sie verbrauchen Platz, sie verpesten die Luft und das muss einen Preis haben. Und ich glaube, du musst beides machen. Du musst die Autos enger fassen und die Kosten wirklich spürbar werden lassen. Und du musst gleichzeitig den ÖPNV massiv ausbauen, Taktung, Zuverlässigkeit erhöhen. Und die Preise, finde ich, die kommen dann. So, das, weißt du? Ja, da bin ich ja jetzt eher so ein bisschen sozialer eingestellt und sage, naja, es ist halt auch einfach eine massive Mobilitätseinschränkung für viele Menschen, dass sie sich den ÖPNV nicht leisten können. Ja, aber da würde ich sagen, dann würde ich doch dafür plädieren, dass alle Berliner, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat zahlen, ja, dafür wirklich fahren können und damit kannst du dann auch finanzieren, dass eben sozial Schwache umsonst oder ganz wenig. Also so ein bisschen so wie das in Unistädten häufig ist das Studententicket, dass alle Studenten bezahlen müssen, Studierende, egal ob sie das nutzen oder nicht und damit ist es dann für alle billig. Genau. Das einzige Problem ist, dann ist doch im Grunde auch nichts anderes als steuerfinanziert. Dann mal ganz ehrlich, dann kannst du dir auch die Bürokratie sparen, diese 30 Euro noch einzunehmen. Ja, aber ich glaube, da darf man den Effekt nicht unterschätzen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie dafür was bezahlen. Also ich glaube, wenn du das ganz umsonst machst, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen verwahrlost, weil die Leute auch keinen Bezug haben zu dem, was sie bezahlen. Also wie ich mir vorstelle, ich zahle 30 Euro im Monat, dann verlange ich auch was von diesem. Ja, dann ist der politische Druck vielleicht auch da und so. Plus, dass ich finde. Das ist im Grunde so ein bisschen dann wie bei der Rundfunkgebühr. Man müsste dann natürlich eine Gebühr einführen, die wirklich alle zahlen müssen, sobald sie ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben. Also man könnte es dann nicht mehr nutzungsabhängig machen. Das ist rechtlich nicht so ganz einfach. Also man denke an die rechtlichen Schlachten um die Rundfunkgebühr und ob die europarechtskonform ist, ist eine ganz andere Frage. Da gibt es Vorlagen von Gerichten, die den EuGH mal gefragt haben. Also ich verstehe deinen psychologischen Impuls, den du dir erhoffst. Ich glaube auch, dass das ganz plausibel ist. Das wird ja auch mal angeführt als Argument zum Beispiel für Studiengebühren, dass man als Studierender, wenn man zahlt, auch irgendwie so eine Art Kundenstatus hat. Aber also da würde ich A warnen vor dem enormen bürokratischen Aufwand, um diese, ich sag mal, BVG-Gebühr oder Nahverkehrsgebühr dann einzutreiben. Da müssen dann ja wieder hunderte von Verwaltungshanseln eingestellt werden, die dann da irgendwie diese ganze Administration machen. und du hast die rechtlichen Probleme. Also da würde ich ganz ehrlich sagen, dann sollte man es einfach aus dem Staatsseckel bezahlen, ganz ehrlich. Oder man muss halt sagen, man führt das bundesweit einfach ein, als was auch immer. Also jedenfalls da, wieder in einer Stadt eine Bürokratie aufzubauen, die dann dieses Zeug, überleg mal, wenn dann von den 30 Euro, die pro Nase gezahlt werden müssen, zum Beispiel, wenn von denen dann wieder 10 Euro an Bürokratiekosten entstehen und dann muss man doch ganz ehrlich sagen, dann hat man doch, hat man doch einen schlechten Deal gemacht. Ja, ich fürchte nur halt, wenn das wirklich so ein öffentliches Gut ist, quasi so staatlich finanzierter, wirklich rein staatlich finanzierter öffentlicher Nahverkehr, dass da eben auch eine ganz spezielle Art von Bürokratie entsteht und diese, naja, also wenn du einen öffentlichen Nahverkehr hast, der nur aus Staat bezahlt wird und keinerlei, sagen wir mal, eigene Mittel sozusagen zur Verfügung hat, die er selber irgendwie generiert, auch wenn es natürlich durch politische Rahmenbedingungen ist, wie wir wollen halt 30 Euro für jeden in Berlin. Ich weiß nicht, hast du damit nicht das schlechtste Gefühl? Über 0,0, das halte ich ehrlich gesagt für so einen typisch neoliberalen Punkt. Ja, genau. Also das ist so die Denke der 90er irgendwie. Dass dann alles DDR wird. Soweit die Verwaltung irgendwas macht, klappt es nicht und ganz ehrlich, da denke ich noch an. Aber in Berlin ist der Verdacht doch nicht ganz unberechtigt, oder? Ja, das stimmt, weil die Berliner Verwaltung in bestimmten Bereichen dysfunktional funktioniert, aber nicht, weil sie Verwaltung ist oder weil sie Staat ist, sondern weil bestimmte Rahmenbedingungen nicht klappen. Also die bayerische Verwaltung zum Beispiel funktioniert in der Tendenz ja deutlich besser. Also es liegt nicht an der Organisationsform, sondern an bestimmten Organisationsfehlern in Berlin, ja. Also denken wir an dieses katastrophale ITDZ, ja, den VEB elektronische Rechenmaschinen, ja, den sich Berlin immer noch leistet. Also das ist natürlich, das gibt einfach wahnsinnig viele besondere Probleme. Das hatten wir, Stichwort Berliner Verwaltung mal mit Christopher Lauer, ja, als er noch Abgeordneter war, vor anderthalb Jahren etwa, würde ich schätzen, in der Lage in meinem Interview. Also das geht jetzt auch, glaube ich, vom Thema ab. Die entscheidende Frage ist einfach, will man im Prinzip sowas wie einen fahrscheinlosen Nahverkehr, ob das dann über eine Gebühr finanziert wird oder aus dem Steuersäckel, das sind, glaube ich, ehrlich gesagt Detailfragen. Politisch muss man sich die Frage stellen, will man das eigentlich? Und ich denke, dass das eine ganze Menge Vorteile hätte, aber klar, es wird nicht umsonst sein, das haben wir, glaube ich, rausgearbeitet und es wird nicht ohne Investitionen gehen in die Systeme und davon völlig zu trennen ist die Frage, sollte eigentlich schwarzfahrende Straftat sein? Das muss man sehen, ist ein verwandtes Thema, aber ist ein Thema, das auch wichtig ist, will ich nur kurz als Stichwort erwähnen, denn das haben wir in der Lage ja schon mehrfach diskutiert. Genau, und wo du auch vorhin sagtest, so ist die Debatte zielführend und wird das nicht abgelenkt, für mich steht das unter der Überschrift auch Ablenkungsmanöver, dieser ganze Brief und diese ganzen Maßnahmen, die da skizziert werden. Ablenkung von dem Dieselproblem. Von dem Dieselproblem. Ja, aber das ist nämlich das eigentliche Problem, gegen das die EU vorgehen will und wir haben da schon oft drüber geredet, was eigentlich gemacht werden muss, ist nämlich diese Betrugsautos müssen auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet werden. So, und sie müssen sich endlich an diese Grenzwerte halten, ja. Und sie müssen eventuell vielleicht auch aus den Innenstädten verbauen werden, weil das ist die Ursache vieler dieser Übel, die wir da bekämpfen. Und das heißt nicht, dass öffentlicher Nachverkehr nicht verbessert werden muss, dass es nicht mehr Fahrradfahrer geben muss, dass es nicht mehr Elektrobusse geben muss, alles gut und schön, aber das kann nicht heißen, dass man die Autoindustrie davon kommen lässt. Und da gab es dann heute irgendwie noch gleich eine interessante Meldung, wonach laut Süddeutsche eben eine Kommission, eine Expertenrunde von diesem Nationalen Forum Diesel, über das wir auch schon oft gesprochen haben, das kommt angeblich zu dem Schluss, dass diese Nachrüstung bei älteren Dieselfahrzeugen, die nötig wären, um eben die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, dass diese Nachrüstung doch eigentlich von Steuerzahlern bezahlt werden könnte. Wo ich nur sagen kann, wie geht's noch? Also ganz ehrlich, das bedeutet ja in der Praxis, die Gewinne werden privatisiert, die Gewinne mit diesen Autos behalten die Unternehmen und die Kosten für die Stinker, letztlich die Beseitigungskosten für die Betrügereien trägt die Allgemeinheit. Wie kann man denn auf sowas kommen? Da werden dann in dem Bericht werden irgendwelche rechtlichen Bedenken und so vorgeschoben, wo ich denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, aber da sieht man halt wieder, was für eine brillante Idee das jetzt war, aus Sicht der Automobilindustrie für eine Expertenrunde zu lobbyieren. Denn die kann dann eben mit vermeintlichen Expertenideen aufwarten, so politisch skurril die auch sein mögen. Und das ist halt, das ist einfach extrem geschickt, muss das ja auch immer wieder sagen, so funktioniert Politik. Ja, du lobbyierst halt einfach dafür, dass bestimmte Entscheidungen, die dir unsympathisch wären, Gedankenstrich, nämlich so eine Nachrüstungspflicht, Gedankenstrich, dass die nicht getroffen werden. Und damit die politische Verantwortung nicht so eindeutig bei bestimmten Politikern ankommt, gründet man einfach eine Expertengruppe. Und die besetzt man dann mit Leuten, bei denen man genau weiß, was die denken. Und ein, zwei Ökos dürfen so alibimäßig auch noch mitreden. Und dann kommt hinterher genau das raus, was man will. Aber die Partei, die dafür steht, ich will jetzt keine namentlich nennen, die kommt quasi ungeschoren davon. Und das ist halt einfach schon, ist einfach schon krass. Apropos krass, so viel vielleicht zum Thema Diesel und so weiter und so weiter. Denn wir haben noch ein anderes spannendes Thema, das sehr aktuell ist, nämlich den Fall von Nathan Mattes und seiner Homepage, seinem Blog, nicht seiner Homepage, seinem Blog, wir-sind-afd.de. Der Nathan Mattes ist eigentlich ein Coder, der entwickelt unter anderem iOS-Apps und ist auch angestellt als Programmierer. Und er hat in seiner Freizeit einen Blog aufgesetzt unter der Adresse, wie gesagt, wir-sind-afd.de, obwohl er mit der AfD eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist eine genial, einfache Idee. Er stellt besonders rechtsradikale Thesen von AfD-Vertreterinnen und AfD-Vertretern im O-Ton ins Netz. Also lässt quasi die AfD-Leute für sich selber sprechen. Und das immer mit einer Quellenangabe. Und man kann also nachvollziehen, woher diese Zitate kommen. Allerdings erweckt diese Seite auf den allerersten Blick den Eindruck, als könnte es eine Seite der AfD sein. Also das ergibt sich ja schon aus der Domain Wir-sind-afd.de, aber die Seite ist halt auch blau, in diesem typischen AfD-Blau und überhaupt so vom Look and Feel. Auf den allerersten Blick ist es eine AfD-Seite. Aber gleich am Anfang unter der Titelseite heißt es so schön, Zitat, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den Deutschen Bundestag. Dafür brauchen wir ihre Hilfe, denn wir wollen, dass sie uns wählen. Deshalb wollen wir uns ihnen vorstellen. Aber das ist kein Zitat von jemandem, sondern das hat er da reingeschrieben. Genau, das ist quasi die, wenn man so will, der Untertitel dieser Seite. Der aber jetzt wiederum kein Zitat echtes von irgendeinem AfD-Politiker ist, sondern das hat er schon da reingeschrieben. Der Rest besteht aber eben zum großen Teil aus Originalzitaten mit Quellenangabe von AfD-Politikern und was da so zusammenkommt, das könnt ihr euch selber mal durchlesen, das ist schon recht vielsagend, aber eben auch, finde ich politisch ganz schön, wirklich auch super interessant, einfach sich das mal durchzulesen, weil man ja häufig fragt, sind sie denn wirklich so schlimm und wer sagt denn das und wie viele sind denn das und ist das nur einer oder sind es zehn und was sagen die denn eigentlich so, das kann man da alles sehr, sehr gut nachlesen. Also vielleicht nur ein, zwei Zitate, um einfach mal so ein bisschen so den Sound wieder zu geben. Zum Beispiel wird hier ein gewisser Günther Lehnhardt, wer immer das sein mag, zitiert mit den Worten, dem Flüchtling ist es doch egal, an welcher Grenze, an der griechischen oder an der deutschen, er stirbt. Ja, so viel dazu. Oder auch ein sehr schöner, sehr schöner Punkt, genau, Alexander Gauland wird mit den Worten zitiert, Alexander Gauland immerhin eine Spitzenfigur bei der AfD. Ist er Fraktionschef? Ja, einer der beiden, meine ich, meine ich, ist auf jeden Fall eine Spitzenfigur bei der AfD. Zitat, wir müssen die Grenzen dicht machen und dann die grausamen Bilder aushalten. Ja, so wird Alexander Gauland zitiert. Mit anderen Worten, diese Seite wirsinnafd.de hält der AfD gleichsam den Spiegel vor und zeigt, was jedenfalls Vertreterinnen und Vertreter dieser Partei im Fast-Alles-Sind-Männer so öffentlich sagen. Und das findet die AfD natürlich ganz großartig und hat sich bei Nathan vielmals bedankt. Genau. In welcher Form? Genau, also man muss ja sagen, warum eigentlich, warum findet die AfD das Doofen da ganz einfach? Die fährt ja eine Doppelstrategie. Also einerseits möchte man sich mit solchen menschenverachtenden Sprüchen bei den harten Nazis anbiedern, ja quasi die etwas andere Strategie als die NPD. Man möchte sich bei den Nazis zwar anbiedern, aber andererseits möchte man natürlich bürgerlich tun und versuchen bei normalen Konservativen zu landen, die selber eben keine harten Rechtsradikalen sind. Und da stört es dann ganz massiv, wenn entlarvende Äußerungen, wie die, die wir gerade zitiert haben, im Netz mal zusammengestellt werden. Wenn man auf einer Seite mal lesen kann, was die AfD so raushaut oder jedenfalls die AfD-Spitzenleute, das ist halt für diese Doppelstrategie der AfD, ja, bürgerliche Hülle oder man könnte auch sagen, Wolf im Schafspelz, ist das natürlich nicht so richtig praktisch. Und deswegen hat die AfD den Nathan erstmal abgemahnt. Sie wollte nämlich, dass er seine Domain, wir sind afd.de, bei denig, also der deutschen Domain-Registrierungsstelle, löschen lässt. Und weil der Nathan sich aber nicht so einfach unterkriegen lässt und gesagt hat, mach ich nicht, lösche ich nicht, hat die Domain nicht freigegeben. Stattdessen hat jetzt die AfD den Nathan verklagt, vor dem Landgericht in Köln. Und da muss man sagen, hat Nathan in allererster Instanz verloren. Aber bevor wir auf diese Entscheidung eingehen und erklären, warum die überzeugend ist oder auch nicht, haben wir uns mit Nathan unterhalten. So, Nathan ist jetzt am Telefon. Ganz herzlich willkommen, Nathan in der Lage, Nation. Hallo. Hallo, Nathan. Ja, du hast ja einen Blog ins Netz gestellt, das in den letzten Tagen für einiges Aufsehen gesorgt hat. Warum hast du das eigentlich gemacht? Was war dein Grundgedanke bei deinem Blog wir-sind-afd.de? Der Hintergedanke war, dass ein Freund und ich einfach was gegen die AfD tun wollten. Wir wollten quasi zeigen, was für eine menschenverachtende, oder was für menschenverachtende Aussagen von Politikern der AfD kommen. Und das einfach so ein bisschen unkomprimiert für sich sprechend sammeln. Und sag mal, warum hast du das in dem AfD, sagen wir mal, ähnlichen Layout mit einer Domain reingestellt, die auch AfD im Namen trägt? Die Zitate an sich sprechen ja schon eine recht eindeutige Sprache und wir halten die AfD einfach, oder wir denken, dass das, was die Zitate, die Haltung der AfD einfach widerspiegeln und diese blaue Farbe, sollte das Ganze noch so ein bisschen untermalen und das so ein bisschen verstärken einfach. Also die Idee dabei ist quasi, dass du eine Seite bauen wolltest, wo die AfD für sich selber spricht, auch wenn es keine Seite von der AfD ist, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. Und jetzt hast du da ja einigen Ärger bekommen, weil die AfD das überhaupt nicht lustig findet, wenn man sich quasi mal beim Worte nimmt. Wie fühlt sich das denn jetzt eigentlich so an, wenn die AfD so gegen einen schießt? Im ersten Moment, als ich die Abmahnung bekommen habe, konnte ich das gar nicht so recht fassen. Ich war dann recht perplex und man fühlt sich so ein bisschen überrannt. Das hat sich dann relativ schnell in Wut und Ärger umgewandelt und in so ein, so jetzt, einfach in so eine Trotzhaltung. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man mit so einem übermächtigen Gegner mehr oder weniger konfrontiert ist, aber ja, wenn man das nicht alleine durchstehen muss, tut das dann wieder gut. Da ist das ein schönes Zeichen. Was würdest du basieren auf dieser Erfahrung? Also du publizierst etwas Kritisches, Partei wehrt sich mit einer Abmahnung und einer Unterlassungsforderung und, und, und und rechtlichen Schritten und Kosten. Was würdest du den Leuten empfehlen, denen das auch passiert? Was sind die Maßnahmen, die man da zuerst treffen sollte? Bevor man mit dem Gedanken spielt, so eine Seite ins Leben zu rufen, sollte man sich vielleicht juristischen Beistand suchen, vielleicht ist eine Rechtsschutzversicherung auch keine schlechte Idee. Wenn es dann tatsächlich zu einer Abmahnung kommt, macht es publik, ihr seid nicht alleine, es gibt Menschen, die euch helfen, die euch unterstützen, auch in finanzieller Hinsicht und euch einfach Mut machen. Ja, denn das mit dem Mut machen und der Solidarität ist ja ganz beeindruckend, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind da in wenigen Tagen über 20.000 Euro zusammengekommen, die eben jetzt eingesetzt werden können, um quasi dich rechtlich zu unterstützen, denn die Situation ist ja die, dass jetzt erstmal ein Urteil gegen dich ergangen ist, das Landgericht Köln hat der AfD recht gegeben in seinem Urteil, dazu kommen wir gleich noch. Was sind denn jetzt deine nächsten Schritte? Wir müssen bis Mitte März entscheiden, ob wir in Berufung gehen oder nicht. Ich diskutiere da gerade recht viel mit meinen Anwälten und Freunden. Wir haben im Prinzip noch keine finale Entscheidung getroffen, aber wir gucken mal, wie sich es weiterentwickelt. Ja, denn jedenfalls die finanziellen Voraussetzungen wären jetzt ja da, also das Geld wäre da, um die Berufung durchzuführen. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für dieses kurze Gespräch und für deine Einschätzung und die Aktion und bin gespannt, wie ihr euch entscheidet und kann nur sagen, nur Mut. Genau, wir bleiben dran bei der Lage. Vielen Dank, Nathan, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Jo, das war Nathan Mattes. Vielen Dank für die Zeit. Aber Ulf, wie hat denn jetzt das Gericht entschieden? Ja, das Unternehmung des Landgerichts Köln gibt der AfD absolut recht. Er sagt, dass Nathan Mattes mit seiner Domain wirsenafd.de Namensrechte der AfD verletzt und dass er deswegen diese Domain freigeben muss und droht ihm deswegen sehr hohe Zwangsgelder oder sogar Zwangshaft an, wenn er das nicht tut. Die Begründung dafür ist, dass Nathan mit dieser Domain wirsinafd.de eine unberechtigte Namensanmaßung begangen habe, also quasi in Namensrechte der AfD eingreife. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, da gibt es so verschiedene rechtliche Voraussetzungen, wenn es so einen Anspruch auf Unterlassung gibt. Man muss einen Namen gebrauchen. Ja, okay, also das macht schon irgendwie Sinn. Diese Buchstaben AfD sind ja Bestandteil seiner Domain, damit gebraucht er sie auch. Aber ein weiteres wesentliches Kriterium ist die Zuordnungsverwirrung. Also weiß man nicht mehr, von wem eigentlich die Seite stammt. Das Landgericht Köln sagt, ja, es ist ja gerade der Zweck der Seite, dass man denken soll, dass es eine Seite der AfD ist oder dass sie jedenfalls mit ihrem Einverständnis ins Netz gestellt wird. Und das Landgericht stellt auch darauf ab, dass das ja eine Ausschlusswirkung hat. Also weil dann, weil wenn Nathan diese Domain wirsinafd.de registriert hat, dann kann die AfD die selber nicht mehr registrieren. Und da muss man sagen, technisch ist das zwar korrekt, aber das kann ja hier im Grunde nicht maßgeblich sein. Also wenn der Nathan jetzt afd.de registriert hätte, dann könnte die Partei ihren eigenen Namen nicht mehr als Domain nutzen. Da würde ich auch sagen, kann ich verstehen. Aber es kann ja nicht sein, dass jede beliebige Kombination, in der AfD vorkommt, wie eben wirsinafd.de, nicht registriert werden kann, ausschließlich wegen dieser Ausschlusswirkung. Also weil da quasi die Domain blockiert ist. Denn dann könnte ja niemand mehr irgendwelche Domains mit den Buchstaben registrieren. Ja, wir sind die tolle AfD. Oder so, könntest du ja auch machen. Ja, genau. Oder meinetwegen, man könnte ja auch sich vorstellen, afd-wahnsinn.de oder afd-nazis.de. Und dann könnte die AfD ja einfach jede kritische Domain blockieren lassen wegen dieser vermeintlichen Ausschlusswirkung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich auf gar keinen Fall mitgehen. Also schon bei dieser Zuordnungsverwirrung wird es schwierig. Weiß man nicht mehr, von wem die Seite stammt. Aber das ist doch bei nazis, bei afd-nazis oder afd-wahnsinn.de ist dann vielleicht das Wort noch mit drin, aber die Zuordnungsverwirrung ist doch eigentlich nicht mehr gegeben, sodass du das nicht… Weil einfach in dem Begriff schon die Kritik steckt. Ja. Würde ich jetzt sagen. Das könnte man sagen. Wir sind AfD, finde ich, ist so der klassische, wir sind der HSV, wir sind irgendwie keine Ahnung. Das würde jede oder würden einige Organisationen durchaus unter eigenem Namen für sich in Anspruch nehmen und registrieren wollen. Das würde ich auch denken. Ja, aber sobald die Kritik im Namen versteckt ist und es nicht mehr sofort sichtlich ist, dass das eine Partei oder eine Organisation im eigenen Namen wirklich machen würde, finde ich, wäre das damit erledigt. Aber alles, was so halbwegs positiv klingt, als könnte das eine Partei selber auch für sich registrieren, steht damit so ein bisschen unter Vorbehalt jetzt. Also da muss man halt sich die Frage stellen, ob man dann nur auf diesen Domainnamen alleine abstellen kann. Das macht das Landgericht. Das ist halt, das sagt halt Ausschlusswirkung, weil die Domain dann vergeben ist, kann die AfD nicht mehr nutzen, deswegen von Namensrechtsverletzung. Aber das, finde ich, geht zu weit, wenn es eben nicht nur um den Domain, also quasi um den Namen der Partei geht. Wie gesagt, AfD.de oder mein Fingern auch Alternative für Deutschland.de, das sind, finde ich, klare Fälle. Aber wenn es um eine Zusammensetzung geht, wie hier im Wesen AfD.de, finde ich, ist die Ausschlusswirkung kein einschlagendes Argument, weil sonst könnte man überhaupt keine Domain mehr nehmen mit AfD im Namen. Und die Zuordnungsverwirrung, da muss man sich die Frage stellen, kann man da wirklich die Domain isoliert betrachten oder muss man nicht auch mal wenigstens die Seite aufrufen? Und da geht es ja eben gleich los mit, wir sind eine menschenverachtende Partei. Das heißt, wer diese Seite mit halbwegs klarem Verstand aufmacht, der sieht ganz sofort, dass das offenbar keine eigene AfD-Seite ist. Ja, aber da geht es doch um grundlegendere Sachen auch. Also da geht es doch eigentlich darum, was darf ich eigentlich äußern? Eigentlich ist das ja eine Meinungsäußerung, die er da macht. Ganz genau. Und eine politische Äußerung, vielleicht auch eine satirische Äußerung und die wird jetzt eingeschränkt nach Ansicht des Gerichts, ja, durch die von dir geschilderten Interessen der AfD. Genau. Und das ist doch nicht nachvollziehbar. Ja, das ist nämlich auch aus meiner Sicht rechtlich der Knackpunkt. Also es gibt auch für diese Frage geht es um einen Namensanmaß und gibt es eben drei Elemente, das Gebrauchen des Namens, die Zuordnungsverwirrung hatten wir gerade und der dritte Punkt ist eine Interessenabwägung, wie so häufig. Da geht es um die Frage, ob schutzwürdige Interessen verletzt sind. Und das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, wie man so schön sagt. Das heißt, der muss erstmal ausgelegt werden und das ist dann auch zugleich ein Einfallstor für Grundrechte, Meinungsfreiheit oder vielleicht auch Pressefreiheit, die hast du gerade im Grunde schon genannt. Aber Grundrechte, ist das nicht nur was zwischen mir und dem Staat? Das sind doch Privatparteien, die da konfligieren um Grundrechte. Ja, ganz genau. Und das ist auch, wenn ich, ein schöner Fall, an dem man dieses Problem mal ganz kurz erläutern kann. In der Tat geht es eigentlich um einen Konflikt zwischen Privaten, AfD gegen Nathan Mattes. Und Grundrechte wirken da auch nicht direkt. Also das ist genau, wie du sagst, Philipp. Eigentlich sind Grundrechte erstmal Abwehrrechte gegen den Staat. Der Staat, der nicht in meine Wohnung rein darf, der Staat, der mich nicht einsperren darf und so. Und die binden auch Private nicht direkt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon in den 50er Jahren da einen Weg gefunden, wie Grundrechte auch zwischen Privaten eine Rolle spielen können. Und das nennt man so schön mittelbare Drittwirkung. Das heißt also, sie wirken nicht direkt gegen Private. Also ich kann jetzt nicht sagen, Meinungsfreiheit, Herr Banse, Sie müssen das jetzt dulden. Aber bei der Auslegung des Privatrechts spielen die Grundrechte auch eine Rolle. Und das muss auch ein Zivilgericht immer deutlich machen. Also wenn es einen Fall entscheidet, wo es eben geht zum Beispiel um den allgemeinen Begriff schutzwürdige Interessen, dann muss es in diesem Begriff schutzwürdige Interessen so ein bisschen prüfen, welche Grundrechte da eigentlich eine Rolle spielen. Und wie fällt die Abwägung jetzt hier aus? Genau. Und da hat das Landgericht gesagt, politische Parteien haben ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihnen nicht bestimmte, ihrem Programm widersprechende Tendenzen untergeschoben werden. Und da muss man einfach sagen, das ist total skurril. Untergeschoben schreibt, schreibt das Gericht. Aber das schließt ja jede Art von Satire dann aus. Das würde jede Art von Satire ausschließen. Und vor allem geht es hier ja um eine wahrheitsgemäße Wiedergabe dessen, was AfD-Leute gesagt haben. Das heißt, der Partei wird zwar die Seite untergeschoben, aber die Zitate auf der Seite sind ja eben gerade Originalton AfD. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ob man tatsächlich sich dagegen verteidigen kann, dass jemand in der Öffentlichkeit wahrheitsgemäß AfD-Äußerungen als AfD-Äußerungen darstellt. Und da muss man einfach sagen, es gibt auch verfassungsrechtlich kein Monopol der Eigendarstellung, wie man sie gerne hätte. Man muss schon dulden, dass jemand anders einen kritisch darstellt. Und der zweite Punkt ist das, was du gerade angesprochen hast mit Satire und Parodie. Und da schreibt das Landgericht, die AfD braucht es sich nicht gefallen zu lassen. Steht da wirklich O-Ton, ja, braucht es sich nicht gefallen zu lassen. In diesen doch, wie soll ich sagen, wenig gewählten Worten schreibt das Landgericht das. Also braucht es sich nicht gefallen zu lassen, dass eine gegen sie gerichtete Parole in einer Weise verwendet wird, die den Irrtum hervorruft, dass sie von ihr selbst stamme. Das hat mit Stilmitteln wie Satire oder Parodie nichts zu tun, denn Satire und Parodie rufen kein Identitätsirrtum hervor, wenn sie die Eigentümlichkeit einer Person ins Lächerliche ziehen. Etwas gekürzt. Und damit muss man sagen, verfehlt das Landgericht ganz offensichtlich doch den Sinn der Seite, denn es handelt sich ja um eine Sammlung von O-Tönen der AfD. Es wird also gerade nicht nur der Eindruck erweckt, der Inhaltsstamme von der AfD. Die Zitate stammen ja wirklich von prominenten AfD-Leuten, nur die Seite selbst ist halt nicht von der AfD. Und deswegen denke ich mal, da hat das Landgericht einfach nicht verstanden, was der Gag ist. Der Gag ist ja, dass man eben eine Seite ins Netz stellt, die so ein bisschen aussieht wie AfD, um deutlich zu machen, was die AfD wirklich vertritt. Aber haben die sich nicht an diesem ersten von dir gebrachten Zitat von dem Claim der Seite festgehalten? Also, hallo, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den deutschen Bundestag, dafür brauchen wir ihre Hilfe, denn wir wollen, dass sie uns wählen, deshalb wollen wir uns in kurz vorstellen. Also das ist ja das Unterschied. Ja. Oder? Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja so überspitzt, muss man halt, muss man sich ja überlegen und da sagt das Landgericht, naja, das ist, dazu gehen sie nicht so direkt drauf ein, aber ich verstehe die Entscheidung so, dass sie sagen, das reicht. Das reicht nicht, denn da muss man schon genauer hingucken und die AfD muss es gar nicht dulden, dass überhaupt irgendjemand so einen Eindruck erweckt, was in ihrem Namen zu schreiben. Und da würde ich, wie gesagt, meine Eindruck ist, dass das Landgericht da einfach diese Ausstrahlungswirkung, Stichwort mittelbare Drittwirkung, zum Beispiel der Meinungsfreiheit übersehen hat und das kann man in der, oder jedenfalls nicht wirklich verstanden hat. Also sie zitieren die Meinungsfreiheit kurz, gehen aber dann mit einem aus meiner Sicht sehr entlarvend falschen Zitat. Sie schreiben nämlich so schön, Meinungsfreiheit beziehungsweise Pressefreiheit sind schon nicht tangiert. Punkt. Also sind überhaupt hier kein Problem in dem Fall. Da ist dem Nathan Mattes frei steht, die Inhalte der von ihm betriebenen Internetseite unter einem anderen Domainnamen zu veröffentlichen. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht Stand der Dinge, was die Meinungsfreiheit angeht. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie seine Meinung äußern zu können, auch eine ganz bestimmte Weise der Kundgabe ist geschützt. Das geht also nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Art und Weise, wie ich meine Meinung äußere. Das ist Teil des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit. Das heißt, die kannst du wählen und selber bestimmen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass dieses Recht quasi absolut gilt. Also natürlich muss die Meinungsfreiheit auch abgewägt werden gegen andere Grundrechte zum Beispiel. Aber das Landgericht schreibt ja, das ist überhaupt schon kein Fall der Meinungsfreiheit, weil er seine Meinung ja irgendwie anders sagen kann. Ja, kann sie, keine Ahnung, an seine Klowand schreiben oder so. Auf jeden Fall übersieht das Landgericht einfach, dass auch gerade die Kundgabe an dieser Meinung quasi in der in so einer satirischen Form, dass man so tut, als sei es eine AfD-Seite, dass das auch Teil dieses Grundrechts ist. Damit ist nicht gesagt, dass der Nathal Mattes diesen Fall gewinnen muss. Damit ist aber wohl gesagt, dass das Landgericht in seiner Entscheidung ganz offensichtlich die Ausstrahlungswirkung der Meinungsfreiheit nicht gesehen hat. Denn natürlich kann man irgendwie einen anderen Domain-Namen wählen. Man könnte afdkritik.de oder so ins Netz stellen. Aber hier geht es ja gerade um die Dekonstruktion der AfD durch Transparenz. Es geht darum, die AfD als das zu entlarven, was sie ist, indem man sie einfach selbst sprechen lässt. Der Witz der Seite ist gerade das Spielen mit dem Eindruck, die AfD spreche selbst und deswegen finde ich, ist das Urteil des Landgerichts verfassungsrechtlich einfach unterbelichtet. Aber ich sehe schon, du hast schon so einen kleinen Entwurf für dein Plädoyer für eine mündliche Verhandlung. Hast du schon skizziert auf jeden Fall. Also ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Ich finde, die Seite ist ein Grenzfall. Das muss man sagen, was Herr Nathaler gemacht hat, das spielt schon mit den Grenzen des Rechts. Das würde ich ganz deutlich so sagen. Aber so einfach wie das Landgericht kann man es sich nicht machen. Vielleicht so ganz am Rande ein Detail, der Nathan betreibt, auch andere, ein Blog, ein privates Blog, das man vielleicht in dem Kontext mal kurz erwähnen muss. Der betreibt nämlich einen Blog, das auf diesen etwas skurrilen Namen hört. Wo habe ich ihn denn jetzt gesehen? Ach, ich hätte das rausgelöstet. Bullenscheiße.de. Das heißt also, das muss man sehen, sein privater Blog, auf dem überhaupt nichts über die Polizei steht, heißt Bullenscheiße.de. Und das sind die ersten Sätze des Urteils. Das Landgericht hat als aller, aller, aller erstes Mal in seiner Entscheidung geschrieben, ja, ich zitiere das mal wörtlich. Erster Satz ist, die Parteien streiten um den Domainnamen, wir sind AfD.de. Dann zweiter Satz, die Klägerin ist die AfD und so weiter und weiter. Und dann kommt der nächste Absatz, der Beklagte ist als sogenannter Blogger tätig. Er betreibt unter anderem den Internetblog Bullenscheiße.de. Und da muss man ganz klar sagen, ja, also damit, damit ist, das ist wie ein schöner Fall des Framings, finde ich. Wenn man das so schreibt als Gericht, dann macht man deutlich, das ist irgend so ein linksradikaler Spinner, ja, der respektiert unsere braven Polizeibeamten nicht. Und damit ist auch klar, der muss verlieren. Egal, was der sonst noch gemacht hat, der verliert diesen Fall. Also da kann man wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr vorhabt, euch im Internet zu äußern und wenn ihr irgendwie glaubt, dass das irgendjemand irgendwie jemand rezipieren wird und ihr ein Anliegen habt, was irgendwie über euer eigenes hinausgeht, nennt euer Blog nicht Bullenscheiße.de. Und jedenfalls dann habt ihr einfach vor Gericht keine Chance. Ja. Also das ist jetzt auch ein bisschen fies, jetzt unterstellen wir natürlich im Grunde den Richterinnen und Richtern da vom Landgericht Köln, dass sie nicht neutral waren, weil der Typ eben einen Blog hat. Ja, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle eigentlich in dem Fall, ne? Es spielt keine Rolle in dem Fall, aber es bietet sich halt an, ja, und dann zitierst du das halt und das meinen sie vielleicht nicht böse. Das ist natürlich das Framing. Natürlich machen sie den damit runter, das ist doch offensichtlich, ja. Das ist wirklich offensichtlich, sie schaffen ein Klima, in dem klar ist, der Nathan Mattes muss den Fall verlieren, weil der ja einen Blog betreibt unter Bullenscheiße.de. Na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, der Fall ist ein Grenzfall, aber so einfach wie das Landgericht Köln kann man es sich aus meiner Sicht nicht machen. Da ist einfach, das ist ein klassischer Fall, wo die Drittwirkung der Grundrechte nicht wirklich beachtet worden ist. Das ist schon deutlich komplexer, als das hier geschildert wird. Mal gucken, also die GFF prüft den Fall, aber wir sind da jetzt noch nicht irgendwie dran. Wir gucken uns das mal an. Die gute Nachricht für Nathan Mattes ist, er hat eine Freundin von ihm, hat ein Crowdfunding ins Netz gestellt. Ich habe mal versucht zu recherchieren, ob das jetzt seine Freundin ist, das war nicht so ganz deutlich auf Twitter. Auf jeden Fall, eine ihm nahestehende Person hat ein Crowdfunding aufgestellt. Das hat unter anderem auch Jan Böhmermann schon verbreitet auf Twitter und Ergebnis der Aktion ist, dass die Kosten eines Berufungsverfahrens finanziert sind. Also das Urteil des Landgerichts Köln wird wahrscheinlich angegriffen werden. Er hat ja im Interview eben gesagt, die Entscheidung läuft noch, ist noch nicht klar, aber das Geld wäre jedenfalls da und dann mal schauen, was das OLG Köln dazu sagt und im Zweifel wird der Fall vielleicht sogar beim Bundesverfassungsgericht landen. Wir haben jetzt zum Schluss noch so ein bisschen einen kleinen Input für euch und zwar geht es um Olympia. Diese Tage laufen ja die olympischen Winterspiele in Südkorea, in Pyeongchang und ich habe jetzt mit einem Freund zusammengesessen gestern beim Bierchen und haben uns gemerkt, dass uns das eigentlich alles in feuchten Kehricht interessiert und dass das ja irgendwie überhaupt niemand guckt und wir überhaupt auch niemanden kennen, den das interessiert. Dabei sind auch so viele Leute auch sportinteressiert und wir haben so ein bisschen geguckt, woran liegt denn das und so und haben festgestellt, naja, es gibt halt diese drei, vier Faktoren, die halt bei nicht nur Olympia, aber bei auch den Sommerspielen und bei ganz vielen anderen Sportvereinstalungen nerven und das ist diese erstens unglaublich krasse Kommerzialisierung, zweitens man traut den Leuten sowieso nicht mehr, weil sie alle dopingverseucht sind und drittens, weil es alles komplett spaßbefreit ist und da kam dann die lustige Idee, wie ich fand, die ich euch mal ins Ohr setzen wollte, ist eigentlich sind die olympischen Spiele, ist diese olympische Bewegung reif für eine Neuerfindung und zwar so wie das Stefan Rath mit dem Eurovision Song Contest gemacht. Wie war denn das damals? Das war eine total verstaubte Veranstaltung mit irgendwelchen Ralf-Siegel-Schlager-Püppchen und Puppenmännchen und wie Weiblein haben sich da alle nicht mit Ruhm besudelt und das war halt eine tollig verschnarchte, langweilige, doofe Veranstaltung und dann kam halt hier Stefan Rath und hat das Ganze mal ein bisschen neu aufgezogen, neue Leute, gute Leute, Musiker, hat das irgendwie aufgepeppt zu einer validen musikalisch-kreativen Veranstaltung und ich hatte so das Gefühl, dass Olympia auch für sowas reif ist. Okay, also Olympia neu erfinden? Ja, so ein bisschen zu sagen, hey, es gibt Millionen von Leuten, die Sport treiben, es gibt Millionen von Leuten, die das mit sehr viel Begeisterung machen, es gibt Millionen von Leuten, die total gerne auch Menschen dabei zugucken, wie sie versuchen, das Beste zu geben und Spaß dran haben und es ist auch unterhaltsam und man kämpft, aber es ist halt auch irgendwie nett und lustig und unterhaltsam und ehrlich und ich glaube, diese Leute müssen mal wieder eine Bühne bekommen, also du brauchst so eine Art Olympia von unten und ich glaube, das müsste man klein anfangen, das müsste man irgendwie, keine Ahnung, mit drei Sprungen, 100 Meter Lauf, keine Ahnung, müsste man das irgendwie anfangen, aber wo Leute, wo alle antreten können, wo wirklich alle mitmachen können, die nur bestimmte Mindestmaß erreicht haben und die wirklich einfach dabei sind, um dabei zu sein, so, ja, diese alten Motti wieder nach oben zu tragen, also Hauptsache man ist dabei, der Beste möge gewinnen, ja, und ich glaube nicht, dass es den Leuten darum geht, nur das Geilste vom Geilste sind, ich glaube, den Leuten ist es letztlich egal, ob jemand 13 Sekunden oder 9 auf 100 Meter läuft, da spielen andere Faktoren eine Rolle, die Leute begeistern, so, ja, und ich glaube, diese olympische Bewegung bräuchte da so einen Neuanfang und ich glaube, wenn man das hinkriegen würde, dass du auf einmal anfängst, so olympische Sommerspiele zu machen, die gut auch vorzubereiten, zu übertragen, zu verbreiten, ja, mit cooler Medienberichterstattung und, 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 das gut vermarkten natürlich und auch vor ein Ausscheide machen und, aber das Ganze, diesen olympischen Sumpf zu entreißen, ja, und dieser Medienmaschine und diesen durchkommerzialisierten Kasten, dieser olympischen Bewegung, ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial drin, da steckt eine Menge Potenzial drin, also. Also, ich sag mal, Olympia von unten. Ja, Olympia, Olympia von unten, so, und um diesen, um die Begeisterung der Leute am Sport machen, aber auch am Sport beobachten und kommentieren, wieder, sagen wir mal, diesen, diesen, diesen tradierten olympischen Mechanismus zu entziehen, weil das ist das, was mich da so nähert, du guckst da und die, die Sportler scheinen da mäßig Spaß daran zu haben, äh, ne, der Dopingverdacht hängt über allem, ja, Korruption aller Orten, äh, diese ganze olympischen Komitee, man fragt sich, wieso werden Sportler eigentlich mit Steuermitteln finanziert, um dann im Rahmen dieser kommerzialisierten IOC-Veranstaltung Leistung zu erbringen und denen Werbemilliarden in die Kassen zu spülen, das macht irgendwie alles, finde ich, keinen Sinn mehr. Das heißt nicht, dass man die abschaffen soll, von mir aus sollen sie weitermachen, aber ich finde, die Zeit ist reif für so ein Olympia von unten. Das fände ich mal interessant, also da würde mich mal euer Feedback interessieren. Vielleicht gibt's ja schon sowas, es gibt die Hartplatz-Helden, das ist so ein Portal, wo eben so Kreisliga, Bezirksliga-Spiele und sowas gefilmt werden können, reingestellt werden können. So, weiß ich nicht, ist vielleicht ein Anfang, kann man sich Ideen machen, ich habe keine Ahnung, wie das konkret aussehen soll, aber wenn das gut gemacht ist und gut präsentiert ist und auch gut verkauft wird und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall genug Sportler, Sportlerinnen gibt, die da mitmachen, die auch gute Leistungen bringen und die das Ganze unterhaltsam machen und so. Weiß nicht, das fände ich mal interessant. Habe ich mir mal so gedacht. Das ist auch nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von meinem Freund Alex, so viel Kredit muss sein, aber wir sind da so in dieser Diskussion drüber gestolpert und dachten, dass das irgendwie mal hier reingeworfen werden könnte. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Bin gespannt. Wir haben noch ein bisschen Schlussfeedback und zwar ist es gar nicht so viel. Da fragt nur Andi, wie ist denn das mit der Auszählung der Mitgliederbefragungsstimmzettel bei der SPD? Wer kontrolliert das? Wie wird sichergestellt, dass die Stimmen nicht hinter den Schrank rutschen? Ja, wissen wir nicht. Muss man ehrlich sagen. Also es wurde gerade eine Rundmail geschickt an alle SPD-Mitglieder, wo drinsteht, wie man sich informieren kann, wie das eigentlich läuft. Da gibt es auch eine eigene Domain sogar, wo man sich schlau machen kann. Es gibt auch so ein paar Regionalkonferenzen noch, in denen man über den Koalitionsvertrag diskutieren kann. Und zwar unter, ich glaube, spd-mitgliedervotum.de. Also wer sich dafür genauer interessiert, spd-mitgliedervotum.de. Ich weiß einfach nicht, ob es da irgendwelche Mechanismen gibt, um sicherzustellen, dass da nichts schief geht. Aber ich würde mal sagen, also so redlich sind die Genossinnen und Genossen dann hoffentlich doch, dass da jetzt eben keine Stimme hinter Schrank fällt. Das wäre noch ein geiler, das wäre noch eine geile Wendung am Ende. Wahlbetrug bei der Mitgliederbefragung. Martin Schulz mit Wahlzetteln auf dem Klo erwischt. Martin Schulz irgendwie mit Feuerzeug im Klo und verbrennt Wahlzettel. Nein, das ist Martin ist eh vermutlich raus. Nein, das war auch billige Polemik. Wir haben uns vorgenommen, keine Witze über Martin Schulz mehr zu machen, weil der Mann liegt am Boden und den tritt man nicht. Insofern streichen wir das mental. Aber ich würde sagen, damit ist dann die Lage diese Woche ausführlich und abschließend. Da örtert Ulf. Absolut. Wir freuen uns, wenn euch die Lage gefallen hat. Und falls das so ist, würden wir euch bitten, klickt euch in iTunes rein, falls ihr das habt, auf Mac oder auf Windows oder es gibt ja iTunes auf allen möglichen Betriebssystemen. Klickt euch rein, schaut euch mal die Seite der Lage in iTunes an und schenkt uns ein paar Sterne, denn das hilft uns sehr beim Ranking und das wiederum hilft uns sehr gefunden zu werden. Das hat man sehr deutlich gemerkt, als wir jetzt die letzten Tage Platz eins waren in den deutschen Podcast Charts. Hat das, ich weiß nicht, ein paar tausend neue Hörerinnen und Hörer gebracht diese Woche. Insofern, wenn euch die Lage gefällt, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Das ist wunderbar und vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden, der lieben Familie davon. Es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt das ganze Format Podcast noch nicht kennen. Und ich denke mal, die Lage ist eine ganz gute Einstiegsdroge, um dieses Format, dieses Medium Podcast überhaupt kennenzulernen. Und wenn man erst mal dabei ist, findet man vielleicht auch noch ein paar andere spannende Podcasts. Und vor allem sagt den Leuten, wenn sie ein Smartphone haben, installiert euch eine App für Podcasts. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ich würde sagen, bis bald. Bis dann. Tschau. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020